Ja, wir laufen, Klaus hat einen Witz vorbereitet, aber irgendwie aus technischen Gründen. Aus technischen Gründen müsst ihr ja leider alle auf den Witz verzichten. Hallo, hallo Dirk. Hallo Klaus. Wir sind Klaus und Dirk. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von... Herzlichen Willen. Für Nüsse. Der einzige Podcast von Nüssen, aus Nüssen, für Nüsse. Ihr Nüsse da draus, ihr kleinen Lümmels. Haben wir heute irgendwas anderes zu besprechen? Zwei Handelscheiben wurden geklaut. Wenn ihr sie gesehen habt, kannst du sie beschreiben? Ja, sie waren rund, hatten ein Loch in der Mitte. Sie hatten eine Prägung 5 Kilogramm, abgekürzt mit KG. Und ich glaube Axel oder sowas stand auf der anderen Seite drauf geneigt. Die gute alte Karstadt-Eigenmarke, Axel. Was? Alex. Alex Sport. Ah, oder Alex. Ja. Und sie waren Gusseisern und hatten draußen aber so eine komische Matschefarbe, so grau. Helles Grau oder Silbergrau. Und die waren in meinem Rucksack, in meinem Treppenhaus. Ich hätte sie auch reinnehmen können. Kriegst du, als ob du gleich in Tränen ausbringst. Ja, ein bisschen schon. Weil, aber das Interessante, deinen, und deswegen bist du verdächtig für mich, deinen Gewichtsgürtel haben sie drinnen gelassen. Ja, du weißt doch, wie das ist als Täter. Du kommst nur, greifst nur schnell durch die Tasche, suchst irgendwas Wertvolles und rennst dann damit weg. 10 Kilo Gusseisen, was ist denn das heute wert? Das kannst du auf den Altmetallmarkt bringen und dann bekommst du deine, weiß ich nicht, zwei Euro dafür. Wie viel hast du an Scheiben, wie viel Kilo? 20 insgesamt. Na gut, dann kann man das. Nee, nicht 20, 15 insgesamt. Kann man auf jeden Fall das ersetzen. Weil ich ja gestern gemeint habe, wenn wir jetzt noch auf den Platz gehen, dann müssten wir das Glöckchen mitnehmen. Ja, dann muss ich jedes Mal meine Hanteln demontieren. Ja, oder wir nehmen halt das Glöckchen, Mr. Goal. Genau, das sehe ich schon, dass wir die zur Strahlerhalbinsel schleppen. Können wir die Alte mitnehmen, die Dicke. Die ist ja leicht günstiger. Ja, vielleicht, Lidl hat ja auch manchmal so Aktionen, dass wir so Hanteln haben. und Hantelscheiben, vielleicht tun wir uns da einfach ein bisschen was. Wenn wir es haben, nur weil du zu faul bist. Ja, aber das ist für ein Mangel an Komfort. Wenn ich das jetzt mal abschrauben muss, dann muss ich das wieder raufschrauben, wenn ich zu Hause mit meinen Hanteln trainieren möchte. Du bist ein Mangel an Komfort in dieser Sendung. Wie in der Steinzeit. Dafür bin ich nicht im Urban Sports Club. Da würde ich mir... Jetzt hast du kurz mal erwähnt, dass du im Hipster Club bist. Ja. Ja. Naja, ne. Ja, sonst noch irgendwas Interessante. Wir haben uns ja auch gestern gesehen, wir haben uns vorgestern gesehen, wir haben uns gar nicht mehr so viel zu sagen. Außer, dass... Genau, und das heißt, euch auch nicht. Ja, gut. Das war's. Tschüss. Ihr erreicht uns auf adfilisse.com und MySpace. Ähm, nee, aber ich bin auch echt noch ein bisschen verkatert. Ja, du hast drei Bier getrunken, ne? Ja. Macht mich völlig fertig bei dem Wetter. Aber ich war auch ein bisschen... Also die Stimme hat man auf jeden Fall gehört. Ich hatte zwei Alster und ein Bier. Und heute Morgen dachte ich, hallo, was denn da ist da? Ja, vor allem auch zwei Tage hintereinander jetzt. Also die beiden Halbfinals waren gestern und vorgestern. Ja, ja. Zwei Tage hintereinander ist echt schon kritisch. Also selbst wenn es nur eine humane Anzahl an Bieren ist. Und zwar beides nicht so richtig schön am Ende, muss ich sagen. Nee, sehr hässliches. Und ich bin auch kein Freund von diesem dummen Argument, ja, am Ende, das machen sie dann alle so. Das würden sie ja alle so machen. Also erstens, wenn man ein Spiel mit zwei Toren Vorsprung führt, dann macht man es nicht so. Dann gewinnt man auch klar. Und zweitens, es ist halt auch eine Aufgabe der Schiedsrichter, dieses hässliche Zeitspiel zu unterbinden. Und wenn man da einmal, also konsequent als Linie durchs Turnier für Zeitspiel gelbe Karten zeigt, dann lassen die Spieler das auch. Die sind ja wie Kinder. Aber du hast ja diesen Affen da auch angenommen. Warum? Also wir waren gestern in der Kneipe und Klaus hat dann ab und zu ein bisschen rumgeschrien und dann hat sich immer jemand umgedreht, der halt dann auch, was heißt auch, der war halt ganz klar für Kroatien. Und als wir gewonnen haben, ist er dann aufgestanden, hat sich dann ein Hemdchen dann in die Hose nochmal zurechtgerückt und stand dann halt irgendwann so einen halben Meter vor Klaus. Und was ist ganz genau, dass er, er fing so neutral an, aber eigentlich wollte er sagen, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Und ich habe mich demonstrativ weggedreht, weil ich so solche Gespräche, oh, und Klaus hat es voll angenommen, hat dann solche dummen Argumente von dir, ja, das ist ja normal, machen ja alle. Und dann dachte ich, nee, das ist so, der will einfach nur dir unter die Nase reiben, ey, wir haben gewonnen, ihr nicht. Und dachte ich so, nee, ey, das ist so, mit dem hast du ja sonst nichts zu tun, oder? Doch, doch, der ist ein alter Freund von mir, der Malaikowicz. Das war so sichtlich so ein Pimmelgesicht, der halt einfach nur, aber das Eklig ist auch unterstrahlig. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich bin auch so ein Enabler für so Leute, die reden wollen. Ja, vor allem für kleine Kinder. Oh ja. Wir haben schon vier Tore geschossen. Ja, und 17 reingekriegt. Vier Tore. Ganz, ganz schön. Gut, das lasse ich mal lieber. Spielt er heute ja gar nicht? Nee, offensichtlich nicht. Aber Sonntag wieder? Ja, Sonntag wieder. Ey, ihr seid hier jeden Tag, oder? Ja, wir sind hier jeden Tag, so, machen ein bisschen Krafttraining, dies, das. Oh, er dabbt wieder. Wir müssen mal den Dab, kann man irgendwie... Oh, jetzt macht er den sitzenden Zahnseidetanz. Kennst du Zahnseide? Kennst du Zahnseide? Ähm, ja. Deine Frage, hau die Frage raus. Meine Frage, wir haben ja gestern sogar schon darüber geredet. Was sind die besten Sitcoms der Welt? Der Welt. Ja. Zeitlich unabhängig. Also seit... Hast du so ein Referat vorbereitet? Ihr sicher doch. Also ich habe ein paar Facken, was heißt Referat vorbereitet. Ich will nur wissen, wann die Sitcom anfingen, wo sie herkamen, blablabla. Genau, witzigerweise kommt sie aus dem Radio, das ist nämlich eigentlich eine Hörsendung. What? Ja, also erstmal Sitcom assoziiert man, habe ich auch lange Zeit mit dem Sitzen assoziiert. Weil klassisch ist ja im Zentrum der... Ja? Ja? Was? Was? Ja, ich weiß, dass das Unaniergeräusche sein soll, aber ich verstehe den Zusammenhang nicht. Sitcom. Ja. Also, also, die Sitcom ist eine Situation-Comedy, die also aus der Situations-Comic gerne aus Missverständnissen entsteht und ist in den 30ern und 40ern als Hörmedium entstanden. Als Radiodauersender gab es zwei Beispiele, die sind Amos & Andy und The Goldbergs und die erste Sitcom... Genau, genau, der hatte... Sein Vater hatte vorher eine Sitcom. Nice. Sein Vater und seine Mutter. Hatte der auch so eine krassen Schultermuskling? Die Mutter. Die hat auch von der Mutter geerbt. Ja. War das auch das Intro? Ja. Ich spiele die ganze Zeit auf den alten WWF... Nee, WCW? WWE. WWE-Wrestler Jeff Goldberg? Jim Goldberg? Ich kenne ihn nur als Goldberg. Okay, nur Goldberg. Okay. Also, wahrscheinlich hat er einen Vornamen. Glatze und, glaube ich, so ein Goatee und Monster bepackt und bei ihm war es halt so... Trapez. Er hat so einen Monster-Schultermuskling, die ging bis zu den Ohren. Wenn er zu schnell geworden ist, konnte er den einfach anspannen, wie so ein Hack-Spoiler haben sie ihn in den Boden gedrückt. Und sein Finisher war ja auch irgendwie diese komische, ähm, diese Rugby-Run, dass er halt so runter, eine Hand halt in die Mitte und dann ist er gelaufen, hat den anderen Gegner quasi mit der Schulter K.O. gerammt. Fand ich super. Das müssen wir auch nochmal diskutieren in einer Folge, ob Wrestling echt ist. Was? Auf jeden Fall? Hallo? Nee, nicht, der hebt dir für die Folge auf. Was? Hallo? Wie soll ich... Ich kann nicht reden. Aber ganz kurz nochmal, um beim Thema zu bleiben, super Post von Tim Wiese heute, wie er in so einer Assi-Bar mit einer Shisha im Mund sitzt. Was meint er? Weißt du, was ist der Text? Du bist genau wie eine Shisha, ohne Kohle geht gar nichts. Genau. Den fand ich ja lustig. Ah, was für ein Brot. Nee, ich meine, aber zum Beispiel Kevin Wolter, als er noch konnte, da war der halt auch immer Frankfurt Allee irgendwo in der Shisha-Bar. Das ist normales Alltagsding als Pumper. Aber du pumpst, du isst, Shisha, schlafen, pumpen ist im Shisha, schlafen. Shisha. Naja, so. 1948 gab es dann die erste Fernseh-Sitcom. Also so, wie wir sie heute ganz klassisch kennen. Tatsächlich auch, es ist relativ viel gleich geblieben seitdem. Auch so die Einrichtung, Sofa in der Mitte, Fernsehen. Ja, I Love Lucy. Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, es heißt im Deutschen, alle lieben Lucy. Achso, nee. Ich dachte gerade an, alle lieben Raymond. Achso, ja. Also das hat auch so diesen klassischen Titel geprägt. Okay. I Love Lucy. Naja, und das war auch eine Sendung, die hat quasi dieses Stilbild geprägt, das mit mehreren Kameras gleichzeitig aufgezeichnet wird, das live vor Publikum aufgezeichnet wird. Also man sagt ja zu den Sitcoms, also zu den klassisch inszenierten auch gerne Three- oder Four-Camera-Show, weil es mit mehreren Kameras vor Publikum aufgezeichnet wird. Du hast also quasi eine Bühnensituation, was fürs Timing, für die Spannung halt ganz gut ist und das Bedingte aber, dass das gleichmäßig ausgeleuchtet werden muss, damit die Schauspieler sich dynamisch über das Set bewegen können und es keinen Lichtaufbau gibt zwischen den Szenen. Und das Licht hat da der Kameramann von Metropolis gemacht, also aus dem deutschen Expressionismus. Da gibt es ein interessantes Video von der amerikanischen Newsseite Vox darüber. Und also deutscher Expressionismus ist ja eigentlich bekannt für ganz harsche Lichter, für ganz harsche Schattenwürfe und so eine filmische Inspirationsquelle für Film Noir. Und für denen war das aber eine Riesenherausforderung mit der damaligen Technik, so ein gleichmäßiges, flächiges, eigentlich nicht so hübsches Licht zu basteln. Also im Film ist es ja eigentlich weniger ästhetisch, wenn ständig alles gleichmäßig hell ist. Aber für Sitcoms war das perfekt. Und das ist auch, wenn man heute noch klassische Sitcoms sieht, immer noch die klassische Ausleuchtung. Ich weiß gar nicht, dass das so ein krasses Thema ist. Ausleuchtung. Es fällt einem halt gar nicht auf, aber deswegen sind halt Sitcoms immer so super hell. Es gibt keinen richtigen Schattenwürfel irgendwo. Du hast halt einfach alles komplett flächig ausgeleuchtet. Also heute halt viel leichter mit den kleineren Scheinwerfern. Aber so, also jetzt Sachen wie Friends oder, wie heißt das, Big Bang Theory, funktionieren halt immer noch nach genau diesem Lichtprinzip. Oder Toner Haftmann, also alles, was gibt es denn nochmal so, Two Broke Girls oder so. Also da ist... Kann sich bloß ein bisschen die Kulissen so ein bisschen erweitert, ne? Ja, genau. Also die Basics, diese Wohnsituation, aber gerne mal dann halt auch Studio. Manchmal sind es dann, glaube ich, auch halt irgendwelche Szenen ohne Publikum, die dir halt dann draußen... Ja, dafür ist ein klassisches Beispiel, The It Crowd. Oder The IT Crowd. Ja. Die haben halt immer so eine Mischung, die haben alle Szenen, die im Büro oben und unten in der IT spielen, die zeichnen sich vor Publikum auf und alle anderen haben sie davor aufgezeichnet, sodass das Publikum jetzt Projektion sehen kann. Ich finde es beim Britischen aber irgendwie fühlt sich das für mich immer Theater näher an, wenn die halt im Studio sind. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Budgetfrage tatsächlich. Ja, also bei The It Crowd sind halt auch manche Figuren, die halt so krass theatermäßig wirken, wie dieser Server-Vampir, die halt dann irgendwie diesen einen roten Räumlichkeiten da sich befindet. Was ich immer gut finde, das kriegst du natürlich nur hin, wenn das halt schon so eine gehypte Serie ist, dass die Zuschauer dann halt auch einfach den Gag dann das fünfte Mal anlachen, weil es einfach lustig findet, live dabei zu sein, wie ihr es da sich dann zerreißt und immer wieder so denkt, fuck. Und okay, das machen wir normal nicht, ihr wisst alle nicht, wie der Gag ist. Und dann lachen sie halt einfach vorher schon, weil sie denken, super. Am schlimmsten sind natürlich die eingespielten Dinger, was dann halt bei jeder Synchro passiert. Ich finde, man merkt den Unterschied, wie wichtig dieses Lachen ist, also nicht, dass Big Bang Theory lustig wäre, aber das wird halt oft als lustig wahrgenommen, weil das Publikum lacht oder weil sie einen Lacher einspielen in der deutschen Synchro. Und Sheldon, die Spin-Off-Serie davon, haben sie als Ein-Kamera-Show gedreht. Und da gibt es halt kein Publikum und kein Lachen. Und dann fällt halt einfach mal auf, wie flach die Witze jedes Mal in so einen Graben fallen. Typ uns. Ja. Aber noch können wir auch auf die eingespielten Lacher verzichten. Außer wir finden einen Sponsor, zum Beispiel Matratzen, Uhren oder alles andere, was man über das Netz bestellen kann. Rasierasen auch beliebt bei Podcasts, habe ich gehört. Ja. Und antibakterielle Unterwäsche. Das stimmt. Ja, die habe ich auch schon alle. Naja. Das genau, und zu dem Lachen und dem, ich finde, bei einer schrecklich netten Familie kann man das gut sehen, wie im Verlauf der Staffeln die Pausen immer größer werden, wenn jemand reinkommt. Also irgendwie gerade Kelly natürlich beliebt, wenn Christina Applegate durch die Tür kommt, ist eine halbe Minute Pause und sie steht immer nur da und kokettiert so ein bisschen mit dem Nichts. Du machst hier diesen Hüftwackler immer so. Ja, ja, genau. Also die machen ja schon was. Die halten es ja nicht nur aus, sondern sie machen in der Figur was, was total lustig ist, weil ihre Figur ja kein Publikum annimmt, nur der Schauspieler. Ja. Aber ihre Figur bleibt trotzdem. Ja. Und druckst dann halt immer so ein bisschen rum, weil das Publikum sich halt einfach nicht beruhigt. Oder eher ist dann halt, dass er dann öfter den. Und die Situation dann schwer. Das ist ja das geilste Geräusch. Also es ist halt die deutsche Syncruhe super da gewesen. Ja. Wollen wir vielleicht gleich einsteigen mit einer schrecklich netten Familie? Steigen wir ein mit einer schrecklich netten Familie! Lief zehn Jahre auf Fox. Also ich habe nicht zu allem das vorbereitet, aber eine schreckliche nette Familie lief zehn Jahre oder zehn Staffeln auf Fox. Und im Deutschen? Auf RTL von Anfang an, ne? Wahrscheinlich. Also ich habe es damals auch auf RTL gesehen. Ja. Ich würde vermuten, dass es auch da gestartet ist, ja. Also all fing ja auf ZDF an, genauso wie Simpsons auf ZDF anfing. Die, das können wir nachher auch noch diskutieren. Nice. Genau. Zehn Staffeln auf Fox. Das ist anfangs auch in den USA eine unglaublich umstrittene Serie. Weil sie es verstanden haben, worum es ging? Ja, weil es halt so mit dem klassischen Bild. Und davor war es ja schon so, ja, in den Sitcoms geht es immer um die heile Familie. Ich würde gerade sagen, das ist ja die erste, die so ein bisschen US-kritisch eigentlich ist. Was die wenigstens verstehen, weil sie sagen, geil, das sind die Flodders aus Amerika. Ja, also ich weiß nicht, ob es die erste war, aber so die erste große wahrscheinlich, oder die erste, von der man hier in Europa auch das so mitbekommen hat. Es gab auch ständig Leserbriefe, um die Show abzusetzen. Und das ist jetzt auch immer noch im Gespräch, ob es davon einen Spin-off geben soll, dass dann wahrscheinlich mit Bud Bundy in der zentralen Rolle besetzt wäre, also David Faustino. Der ja seit gefühlt 100 Jahren nichts mehr macht, ne, oder? Ja, genau. Ich glaube, der produziert. Ich glaube, der arbeitet als Produzent noch. Ah, okay. Ja, Christina Applegate hatte ja noch ein paar Rollen. Ja, die hat ja einen eigenen Schoß dann gehabt. Ja, genau. Hat dann mehrere Pausen wegen ihrer Krebserkrankung eingelegt. Ed O'Neill hat ja die Rolle in... Auch so ein Familien-Ding, ne? Ja, Modern Family. Modern Family, ja. Das ist halt auch eine ziemlich dichte Erlfigur, finde ich. Sehr dicht dran. Das Lustige ist auch, er hat immer gesagt, die Pause hat er freiwillig gemacht. Also, es war nicht so, als ob sie ihm nicht auch danach Sitcom-Angebote gemacht hätten. Aber er hat halt nie was gesehen, was er machen wollte, ja. Aber ich meine, in dem Alter wahrscheinlich auch finanziell nicht Blödsinn gemacht und sagen, nicht erst mal ein bisschen durchatmen. Und zehn Jahre da als Hauptrolle dabei beim Fox Network. Genau. Und Katie Seagal hat halt danach, war das danach vorrangig bekannt als Stimme, unter anderem die Stimme von Lila bei Futurama. Ah, okay. Nein, später war sie dann bei Sons of Anarchy im Hauptfest. Ja. Das und gestern hatten wir ja die Diskussion, was mit sieben passiert ist, falls es andere einstreckende Familie-Fans draußen gibt. Die dümmste Figur von allen, die erst sehr spät kamen und sehr schnell gingen. Aber eigentlich eine ganz tragische Geschichte, weil das war die Zeit, in der Peggy schwanger war. Die Figur war schwanger. Katie Seagal auch. Sie war schwanger und dann haben sie es in die Serie eingebaut und das war eigentlich der Plan, dass sie danach noch mit einem Baby weiterdrehen. Aber Katie Seagal hatte eine Fehlgeburt. Okay. Und dann fanden die Macher der Serie es zu unsensibel, damit ein Baby weiterzumachen. Das ist ja ganz gut. Genau. Und dann haben sie das quasi als Traum verkauft, dass er nur geträumt hat, dass Peggy schwanger ist und das ganze letzte Jahr nicht passiert ist. Ja, ich meine, bei einer Sitcom ist es ja wirklich auch banal. Es gibt ja auch keinen durchgehenden Handlungsstrang bei einer schrecklich netten Familie. Das war bei Roseanne ja der ganze letzte Teil, als sie reich waren, Millionen gewonnen haben, total pompöses Leben und sowas und dann haben sie es aufgelöst mit, das hat sie alles geträumt, weil sie verdrängt hat, dass Dan an Krebs gestorben ist. Aber das kann ja eigentlich gar nicht mehr Kanon sein, weil es gab ja jetzt eine neue Roseanne-Staffel und da hat Dan ja auch mitgespielt. Ah, okay. Bis Roseanne sich als Rassistin geoutet hat auf Twitter. Ja. Ekelig, ey. Ja. Ja. Naja, also ich war immer großer eine schrecklich nette Familie-Fan, ich finde es auch heute noch lustig. Ja, du bist damit groß geworden, ne? Das war deine erste. Die deutsche Synchro ist super. Die deutsche Synchro ist echt super. Also die ist die Bombe. Also ich bin auch mit Wer ist hier der Boss, eine schrecklich nette Familie. Das waren die beiden in RTL. Stimmt, Wer ist hier der Boss? Genau, erst bei RTL und dann glaube ich beide bei ProSieben. Also ich habe die später bei ProSieben im Frühprogramm gesehen, wo jetzt immer How I Met Your Mother und Big Bang Theory läuft. Ja, ja. Also vermute ich. Ich habe kein Koaxialkabel mehr, könnte aber gerne eins spenden an Ed für Nusserport auf Twitter. Ja, bei mir war es halt auch immer schrecklich in der Familie, aber dann halt auch Alf sehr stark. Also Wer ist hier der Boss? Nicht so dolle. Das war ja halt, da ist ja auch nicht viel passiert. Das ist ja auch noch eher eine traditionelle Sitcom. Ja, also ich meine, da wollten sie dann halt das große Thema aufgreifen, dass halt in den 80ern, Anfang der 90er auch ein Mann mal den Haushalt beschieben kann. Für die 80er ja schon ein Gag, der fünf Staffeln trägt. Ein Mann macht den Haushalt. Und da war ja immer dann im Intro von wegen, oh guck mal, der kann mit einer Hand das Sofa anheben, mit der anderen saugt er drunter. Weil er ein Mann ist und stark. Ja, das ist halt echt unerträglich. Das ist ja auch nur dann, glaube ich, seine Tochter gut durchgekommen, weil die war ja dann bei Charmed, oder was? Ja, die hat danach mehrere Sachen gemacht. Aber dann halt auch mal so im Hauptcast irgendwelche Serien, also gut durchgedingelt. Witzige Seitengeschichte. Bei Guardians of the Galaxy heißt das Raumschiff von Star-Lord, also Chris Pratt's Figur, Milano, weil er als Kind in Alyssa Milano verschossen war. Und der wurde ja als Kind in den 80ern entführt. Na, ist gut. Ja, dann hatte der ja noch, nee, sie, weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Sie hatte ja noch so eine durchgeknallte Mutter. Ja, ich glaube, die haben alle nicht mehr großartig. Also er war ja sowieso Tony Dancer, eigentlich Baseballspieler, glaube ich. Und er hat noch in so ein paar Baseballkomödien mitgemacht. Okay. Also noch witziger, nicht nur ein Mann, sondern ein Baseballspieler. Und dann noch ein italienischstämmiger Mann, die ja alle Machos sind. Und er hilft im Haushalt. Knöller. Und was ich halt noch selten, aber ab und zu abends mitsehen durfte, weil es halt das immer abends auf ARD, glaube ich, gab, einmal die Woche Golden Girls. Stimmt. Da habe ich auch ein paar Sachen gesehen, als es auf RTL lief. Ja. Das fand ich auch recht unterhaltsam, tatsächlich. Und das war alles in so einem 80er-Jahre-California-Pürsich-Rosa gehalten. Ja. Alles, was sie getragen haben, alle Möbel, alle Wände, alles war halt in so einem Pfirsich-Ding. Ja. Das war halt schon ein bisschen schwierig von den Farben, aber da war es dann natürlich auch der Jack von wegen, oh, alles ältere Frauen und alle sind zusammen in einer WG. Und die benehmen sich wie junge Menschen. Genau. Als ob Senioren Menschen wären. Und die eine hat sogar noch Sexualität. So was, du denkst. Die eine spielt ja die Mutter. Süß. Ja. Also es gibt ja Mutter-Tochter-Gespann dabei. Und die trennen nur so ein paar Jahre. Ja, die haben sie halt krass fertig gemacht, so. Weil die hat ja dann zu der Zeit, als es so gehypt war, bei dem Kinofilm mit Sylvester Stallone Stopp oder meine Mami schießt, hat sie ja die Mutter gespielt und hat sie ja normal die Haare gehabt. Und da war sie dann halt plötzlich 60 und nicht mehr 80. Ja, genau. Das haben sie echt gut gemacht. Also als Kind, als ich das gesehen habe, habe ich das ja nie hinterfragt. Ja. Ja. Und dann hat sie ja auch mit der deutschen Synchro, wo sie dann, ja meinst du wirklich, dachte hier. Und die hat ja dann schon, man wird ja ganz krass, ist Stimme. Und dann halt auch die Rose, die die ganze Zeit, ja ist sie bei uns und so am Dorf, da ist das nicht so. Ohoho, sie ist doof. Das war dann halt so ganz klar positioniert. Die ist ja auch so ein richtiger Star geworden danach. Die Rose? Ja. Die habe ich dann irgendwann nur bei Conan gesehen, als sie der Aquaman da war. Ja, die geht halt ständig durch irgendwelche TV-Shows, da ist sie halt so ein richtiges Celebrity-Sternchen und hat halt ganz viele Gastauftritte, weil sie halt einfach so eine beliebte und nette Figur ist. Bei den Simpsons tritt sie auch irgendwie mehrfach auf. Und sie sieht ja auch immer klassisch aus. Genau. Das ist glaube ich halt auch, du kannst die klassische, hübsche Oma nehmen. Ja, und die kannst du halt auch immer mal irgendwie zu irgendwas fragen und die gibt einen lustigen Kommentar ab. Ja. Also dafür ist sie halt auch einfach im US-Fernsehen. Also sie bedient dann auch gerne die Klischees, die dann halt erwartet werden. Bekannt, ja. Also ganz süß war sie, wer spielt nochmal oder hat nochmal Aquaman gespielt? Jason Momoa. Als sie daneben saß und ihn so angehimmelt hat, sie sah dann plötzlich aus, als ob sie nur ein Meter groß war. Aber weil halt irgendwie ihr ganzer Oberkörper so schmächtig war wie sein Arm oder so. Wahrscheinlich würden wir neben Jason Momoa ähnlich aussehen. Und dann auch ihn anschmacht. Na, weil der halt sich auch irgendwie nach dem Training da nicht irgendwie sagt, guck mal, ich pfeife mir jetzt fünf Riegel rein, sondern zeigt sich dann halt, wo er dann mal Newcastle trinkt mit Kumpels im Pub. Wo du denkst, boah, das ist schon ein cooleres Bild. Das heißt ja nicht, dass er sich jeden Abend einen Eimer davon reinpfeift, aber wenn der halt auch nur eins genießt, ist ja dann schon geiler, als wenn du jemanden siehst, der sagt, ich habe hier einen Hühnereiweißshake. Ja, den Personal Trainer möchte ich auch mal sehen, der Jason Momoa, das Bier nach dem Training verbietet. Ja, Gold Girls. Also auch eine andere ganz frühe Sitcom für mich war Herzbube mit zwei Damen. If you knock on my door, I'll be waiting for you. Das war doch dieser klassische Anfang, wo die beiden Türen aneinanderkleinern und dann Ja, genau. Ich vermisse der Show, John Ritter, eigentlich so ein Ladies Man, ich glaube auch Radiomoderator oder irgendwas, sucht ein WG-Zimmer und ich meine, das spielt in Florida, findet aber nichts, außer mit diesen zwei Frauen, aber die wollen nicht mit einem Mann zusammenwohnen. Also, pass auf, mega Gag in den 70ern, sagt er, er ist schwul. Und die glauben es. Und er muss ja immer so tun, als ob er schwul ist. Ja, auch eine sehr, äh, eine Sitcom, die eigentlich größtenteils dafür bekannt ist, dass alle Frauen immer sehr, sehr kurze Hautplans getragen haben. Jetzt war ja auch ein bisschen die Zeit, oder? Ja, eben. Ja, ja, ja. Und, äh, schön auch dabei, es gab zwei Vermieter im Laufe der Serie, nämlich einmal das Paar Mr. und Mrs. Roper, ähm, das war, ähm, da war, das war so ein bisschen die Elle und Peggy Konstellation, dass sie ihn ständig zum Sex nötigen wollte, äh, und der zweite Vermieter war, ähm, der aus den Herbie-Filmen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Eddie Furlong, Achso, die, die Käfer, äh, der Käfer, genau. Der da auch die Hauptrolle gespielt hat, ähm, und, äh, er war dann halt so ein notgeiler alter Mann unten. Notgeiler alter Mann. Ja, und dann hatten sie auch noch, sie hatten auch noch so eine Macho-Nebenfigur, also ein bisschen war wie der Barney Stinson der Serie. Ähm, ja, also das war auch so eine recht frühe, ähm, Serienerfahrung, was Sitcoms angeht. Also was die guten Sitcoms angeht, man hat ja auch viele schlechte Sitcoms gesehen, an die man sich kaum erinnert, eine himmlische Familie. Eine was? Eine himmlische Familie. Eine himmlische Familie. Wie heißt das? Ist das nicht so? Also RTL hat damals ja, äh, weil die so einen Erfolg hatten mit schrecklich netter Familie und mit Wer ist die, der Boss, haben die ja beide Serien ins Deutsche adaptiert und, äh, das war halt irgendwie mit... Die Strunks? Genau. Das waren die Bandis? Andere weiß ich nicht. Und da... Es ist doch lustig, dass man sich noch an die schlechte, eine schreckliche Familie-Version erinnert, aber nicht an die schlechte Wer ist der Boss-Version. Also, oder dass der Fehler des Ganzen, die haben das Buch eins zu eins kopiert und hier war halt ein Schuhverkäufer nicht das, was es in Amerika war. Aber wenn du das dann adaptierst, dann ist es halt schwierig, so, weil, also das kam überhaupt nicht rüber und die Gags haben die, also es war ja eins zu eins das Synchro, also eigentlich haben die... Auch die Kostüme? Ja. Und das hat leider überhaupt nicht funktioniert, aber dennoch, ich habe es definitiv am Anfang gesehen, weil es halt... Ich glaube, es gab auch noch eine Staffel davon. Ich glaube, wir haben ja nicht mehr die ganze Staffel gerissen, so, also, aber weil du einfach sehen wolltest, wie ist denn die Kopie? Und da gab es damals ja nur nicht tausend Kopien. Und, ja. Ja, Alf habe ich halt irgendwie, das war halt auch eine Serie, die für mich ganz groß war. Die gab es von 86 bis 90, vier Staffeln. Und dann wurde das halt auch geschlossen. Das finde ich auch gut, wenn das nicht irgendwie so offen ist. Es war halt auch klassisch so traurig. Und da gab es ja dann der Alf, der von Melmark dann runterkam, der explodiert war. Gordon Shumway. Gordon Alf Shumway, genau. Und das Lustige ist, es gab ja immer verschiedene Gründe, warum der Planet Melmark explodiert war. Einer war, dass alle gleichzeitig einen Föhn angeschaltet haben und so ein Quatsch. Macht man sich als Kind schon Sorgen. Dann halt auch die Tatsache, dass noch viele Freunde, unter anderem Ronda, seine Herzdame, halt noch im All rum eiert mit Sid und bla bla bla. Und die halt irgendwo an verschiedenen Planeten noch irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Sachen. Kam das auch in der Alf-Serie vor oder nur in der Alf-Zeichentrickserie? Nee, in der Alf-Serie. Okay. Also der hat ja Ronda, also Sid wollte irgendwann, ich glaube es war ja sogar in der ersten Staffel, das war so ein bisschen bizarr, weil da haben sie schon eine Rückblick-Staffel, eine Rückblick-Folge gemacht. Das war am Geburtstag von Brian. Ja, die Clip-Shows. Genau, und da sollte dann halt irgendwie, Alf hat mit dem CB-Funkgerät von William, also Willy in der Garage rumgefunkt und hat dann halt zufälligerweise halt seinen Kumpel Sid im Weltall gefunden, der halt gerade im Raumschiff rumfliegt und neben ihm saß Ronda und er wollte dann zwei Tage später eine Schleife drehen und dann ihn abholen, war dann schon auf dem Dach, aber dann ist er wieder runtergekommen, weil er dachte, von wegen, ja, also ich habe euch so lieb gewonnen, in den 15 Folgen oder sowas und ich habe sie jetzt 100, nee, was hat er gesagt? gesagt, ähm, und wenn ich sie jetzt in 100 Jahren erst wieder sehe, dann wird sie mich umso mehr lieben. Das war dann halt irgendwie das Fazit. Aber da war schon Sid und Ronda und dann gab es ja halt auch mal so eine, ich weiß sogar nicht, ob es die gleiche Folge ist, einen Rückblick beziehungsweise einen Traum von ihm, wo er sich halt an den Tag erinnert, als er halt mit Freunden in so einer Art, in so einer Art Burgerladen war und hat dann halt irgendwie so einen Katzenburger gekriegt und sowas und dann haben sie seinen Geburtstag gefeiert und dann war dann halt Ronda da eine klassisch amerikanischen 50-Jahre-Dinger war dann halt da in so einem Diner, war sie in die Bedienung und meint von, ja, du hast doch heute das Rendezvous mit Ronda. Ja, und war halt total und dem Ende, und dann war dann halt irgendwie Alarm und alle mussten zu ihren Streitkampfflugzeugen, also er war natürlich auch so ein Pilot, also auch wieder so ein klassisches amerikanisches Ding. Und dann auch an seiner Psyche und seiner seelischen Kondition ablesen, dass Alf auf jeden Fall Kampfpilot im Einsatz war, von einer, ich vermute, aggressiven Alien-Spezies, die mehrere Welten unterworfen und kolonisiert hat. Ja, ja, bestimmt. Und dann war es das... Melmakane? Was? Melmakane? Ja, Melmakane, würde ich dann auch sagen. Oder Melmaka? Melmaka. Da wird Horst Seehofer auch froh sein. In seinem 69. Geburtstag wurden 69 Melmakane zurück nach Melmark geschickt. Das ist ein sicheres Herkunftsplanetensystem. Und die sind nicht durchs Ankerzentrum durch. Ja. Ja, und das fand ich irgendwie ganz süß, dass halt auch so ein bisschen die Familie modern war, also nicht ganz klassisch, weil Willi war halt Sozialarbeiter, Kate war halt Hausfrau, später ist sie in ihrem alten Beruf wieder eingestiegen und hat Immobilien verkauft. Ach, stimmt. Und Lynn war ja genauso wie Brian halt beide Schüler. Lynn sei ja damals schon, war immer so der Männerschwarm. Und dann habe ich Fotos gesehen, wie sie später aussahen, sah noch viel hübscher aus. Das war eigentlich ganz krass. Und dann habe ich mal irgendwie von Brian gehört, der Kanadier, der kanadische Schauspieler lebt halt jetzt in Kanada, hat zwei Kinder, so ganz klassisch. Um William haben sich halt, also Alex Wright haben sich halt, oder Max Wright, Max Wright, Alex Wright war ja der deutsche Wrestler, haben sich ein paar Mythen gedreht, dass der angeblich irgendwie voll auf Droge und schwulen Pornos und sowas, weil es da halt so ein paar komische fettige Fotos gab. Was mich immer irritiert hat, weil kurz danach, also er hat nicht mehr große Sachen gemacht, aber kurz danach ist er in Filmen aufgetreten wie Ein Sommernachtstraum, als er diesen Schauspieler Zettel gespielt hat. Und da sah er halt ganz normal aus. Und da hast du gesagt, wie uns, der ist jetzt der abgestürzte Junkie, bla bla bla. Und da habe ich gesagt, das hat auch so ein bisschen natürlich dann immer so ein Kindheitserlebnis oder ein Kindheitsding kaputt gemacht. Also eigentlich nur die Gerüchte, die jetzt nie so irgendwo bestätigt waren. Und ganz klar war dann halt auch für mich das super Duo war da halt Willy und Alf. Und dann halt auch die deutsche Synchro war auch Knaller. Also ich meine, Tommy Piper oder Pieper, der da halt den Alf synchronisiert hat, der hat das so geil gemacht. Der auch bei Wer ist hier, der Boss Tony Dancer gesprochen hat. Okay. Ah ja, stimmt, stimmt. Genau, genau. Und somit waren halt auch, was ich früher auch hatte von Sitcoms, die Hörspiele super, weil die damaligen Hörspielfassetten waren eigentlich nur direkte Aufnahmen aus der Serie. Und damit man zwischendurch verstehen konnte. So eine Erzählstimme, die er fehlt. Und dann ging Alf ins Wohnzimmer. Genau, irgendwie sowas. Aber der Rest ist halt original. Und dann ist so meine Lieblingsfolge, als Alf sich langweilt, beziehungsweise nicht richtig weiß, was er mit seinem Leben so anfangen soll und der Psychologe von Willy kommt rein, finde ich so super, weil halt keine Musik eingespielt wird. Und es entstehen halt so Situationskomite, die total trocken sind, weil Alf nachts halt einfach aus Langeweile irgendwie Reißzwecken ausstreut. Nee, er streut sie halt so aus und Willy schlürft durch die Wohnung, weil halt Milch trinken wird. Und dann kommt dann Alf, kannst du nicht schlafen? Ja, es sind Reißzwecken auf Boden. Ja. Warum? Warum nicht? Und dann geh schlafen, Alf. Gehst du jetzt auch schlafen? Ja. Kriegst du wieder deine Migräne? Also wie dick und doof, St. Laurie, Oliver Hardy, finde ich super, diese Folge. Ich wollte noch sagen, so an der Stelle, wo du das meintest mit Max Wright, es ist immer schade, wenn dann so Serien nachträglich irgendwie so einen tragischen Twist bekommen durch irgendwas, was die Schauspieler im echten Leben gemacht haben. Wenn du dann dadurch das Gefühl hast, die Serie sei schlecht gealtert. Aber ich kann dir das Situationskom nennen, bei der das definitiv nicht passiert ist, nämlich die Cosby Show. Die war scheiße und wurde danach dann auch nochmal richtig stimuliert. Man muss es aber, wenn du es unter der Prämisse siehst, dass es eigentlich die Fassade des Privatlebens eines Serienvergewaltigers ist, die er da aufrechterhält. Dann ist es noch viel ekliger. Ja. Und dann halt auch nochmal immer mit diesem... Dann ist es so ein dexterhaftes Drama. Und dann auch mal mit diesem Permanenten von wegen, wir müssen was Besseres sein und du darfst das nicht und du darfst dies nicht und nein, nein, nein und bitte, bitte, bitte. Und dann das im Hintergrund. Das ist so ein gutes Beispiel für eine furchtbar unerträgliche Sitcom. Und nicht grundlos war die Kleine, die das jüngste Mädchen da gespielt hat, erst ein Jahr später dann zu sehen bei dieser Rehab-Serie, weil sie da halt voll druff irgendwie jahrelang halt alles mögliche genommen hat und du möchtest nicht wissen, was die erlebt hat halt einfach. Und wenn er dann halt auch diese ekligen Anfänge, wenn die ihm dann halt irgendwie da so diese komischen Tänze... Vor allem er arbeitet ja auch als Gynäkologe. Das ist doch für Bill Cosby Traumberuf. Es gab doch schon ein... Anästhesierte Frauen, die nackt vor ihm liegen. Ein Gerichtsurteil, oder? Ja. Ich glaube ja, das Urteil war, dass er ins Gefängnis muss. Also die Anwälte, ich weiß nicht, ob sie ihn schon eingebuchtet haben, das hat sich ja ein bisschen verloren. Er wurde auf jeden Fall schuldig befunden für mehrere Sachen, die passiert sind, auch wenn man sich da die Aussagen der Opfer durchliest. Das ist gruselig, widerlich. Er sollte doch alle betäubt haben, ne? Ja, genau. Die halt davon berichten, wie sie am nächsten Morgen aufgewacht sind. Und auch das Einzige, was sein Anwalt auch vorgeschoben hat, die haben gar nicht mehr plädiert irgendwie darauf, dass er es nicht war, sondern war Schuldunfähigkeit, weil er irgendwie zu 90 Prozent blind ist und so und nicht ins Gefängnis dürfte oder so. Also das war das einzige Argument, dass er ja unter Hausarrest soll. Das sind immer diese Argumente, die so alten Nazi-Verbrecher mal sagen. Ja, genau. Ja, aber der ist schon 90 und hat das an der Hüfte und so. Glückwunsch. Was sagst du zum, äh, die, die Sitcoms wie Fresh Prince, der Prinz von Bel-Air? Ich wollte gerade darauf, ich wollte es mit, in West Philadelphia, born and raised. Ja, ich, äh, ich fand es damals recht lustig. Ich glaube zum Beispiel, die ist auch nicht so gut gealtert. Und außer Will Smith gibt es da nicht viel zu sehen. Die läuft jetzt, glaube ich, auf Nitro gerade. Ja, das sieht Nitro ähnlicher. Ich finde das ja geil, dass sie die Spattenkanäle auch so in alten Dingen wieder rausholen. Also ich meine, bessere Unterhaltung als sonst im Fernsehen läuft. Also da war ja das große Ding zwischen seinem Onkel und das war ja das beste, diese beste Kombi. So, weil er dann halt auch oft einfach situativ immer nur, da stand, große Augen, grimmig geschaut und meist dann halt so ein Dex, äh, Quatsch, so ein Theodor-Hackstube-Pulli anhat, der total gespannt hat. Ja, und jede zweite Ding, es war immer so ein Ansprache oder irgendwas von wegen, oh, wirst du, er wird mein großes, die Renose-Rossi wieder grummelig. Der ja auch so ein taffer Richter war. Ja. Ich weiß, an eine Frage erinnere ich mich ganz seltsamerweise total deutlich. Kennst du die mit dem Billard-Turnier? Ne. Er und Karten geraten. Oder ist das irgendwie draußen, wo sie im Auto, wo sie Panne haben und dann irgendwo in den Süd starten? Ne, nein, 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 nein. Okay. Sie sind irgendwie in so einem Billard-Laden. Okay. Und spielen mit Leuten um Geld, die vorher ganz schlecht gespielt haben. Ah, okay. Achso, und dann kommt der Onkel und... Genau, und der Onkel will halt erst die Richterkarte spielen, aber das funktioniert nicht. Ja. Darauf fallen die nicht rein. Und dann spielt der Onkel mit denen. Okay. Und er ist halt total das Billard-Ars. Ja. Das habe ich irgendwie seltsamerweise ganz präsent. Und welche geile Figur auch noch immer wieder auftachte, war der Butler. Den fand ich halt auch super, weil der halt immer so... Der immer den Kumpel von Will Smith am Nacken und am Gesäß genommen hat und vor die Tür geworfen hat. Ja, beziehungsweise genau, und man sah halt nur diesen Griff und das nächste Bild sah man immer so im Anschnitt die Tür. Madame, würden Sie jetzt gerne... Ja, das ist halt geil. Wusstest du, das hat für mich lange... Für mich war das lange ein Mysterium, das Blutsverwandt ist die Tante mit Will Smiths Figur. Die Tante. Die ist Blutsverwand mit Will Smith. Genau, also das ist die Schwester seiner Mutter. Ja, ja. Okay, doch, du wusstest... Ja. Weißt du, dass das wäre sein... Na, Onkel Phil ist ja eigentlich so präsent. Ja, ja. In der Show. Ja. Ja, die ist ja halt ein paar Mal da, die Mutter. Oder ein paar Mal da gewesen. Die wurde ja auch ausgetauscht irgendwann. Okay, das kann sein. Da hast du so wenig... Ich glaube auch... Müssen wir Randy fragen. Randy hatte alle Folgen stolz erzählt, alle auf VHS mit Werbung rausgeschnitten. Das finde ich dann schon... Das ist schon Leidenschaft. Ich weiß ja nicht, wie viele Staffeln es dazu gab. Da gab es bestimmt auch vier oder so. Warte. Sechs. Oh. Und das Ende weiß ich noch, sie sind alle ausgezogen und Willis dann zum Schluss einmal noch durch die leere Kulisse gegangen, weil die halt entweder zusammen oder getrennt in verschiedene Richtungen angezogen sind. Und das fand ich auch total geil, weil er dann halt mit dem Zuschauer sich noch an ganz vieles erinnert, ohne es einzublenden, was so wichtig ist. Nicht irgendwie dieses Hinstellen und dann hast du irgendeinen Einspieler, so Clipscheiße, sondern er steht nur da an der Treppe, geht dahin, wo das, was ja immer der Hauptpunkt ist von solchen Sitcoms, wo das Sofa stand. Und steht halt da, wo das Sofa, wo sie so oft gesessen und sonst was. Und das war halt total schön. Und er macht das Licht aus im Studio. Das fand ich voll gut. Er hat das Licht aus, klack und geht halt raus. Und dann hast du auch nicht irgendwie irgendwie die Musik, sondern einfach nur zack und abspannt. Und du dachtest echt so, warum muss ich denn jetzt weinen? Das hat so funktioniert. Übrigens, also diese Clipshows habe ich immer gehasst an den Sitcoms, aber es gibt zwei positive Beispiele, die ich gesehen habe. Eins ist ein Spongebob, wo die Clipshowsachen sind, die definitiv nicht passiert sind in der Serie. Das ist so gut. Und sie stehen halt immer da, aber genauso in diesem Format der Clipshows. In der Krossenkrabbe haben sie sich eingeschlossen über Nacht und ich glaube wuseln durch die Lüftungsschächte rum. und erinnern sich immer an Dinge, die vermeintlich passiert seien, aber es war nichts, was in der Serie vorkam. Das und bei Rick and Morty gibt es eine Folge, die mit den Hirnparasiten, die irgendwelche Formen von so lustigen Nebencharakteren annehmen, wie der fotoschießende Velociraptor oder der schnippische britische Butler. Ist das die letzte Staffel? Nee, das ist die zweite oder dritte, glaube ich. Und dann erinnern sie sich immer an Dinge, die sie mit diesen Figuren erlebt haben, aber eigentlich haben die nur ihre Erinnerungen manipuliert. Naja, soviel zu den Clipshows. Sagt dir noch eine starke Familie was? Welche waren das? Das war mit Duffy, Duffy, den letzten Mann aus Atlas. Das meinte ich mit, meinte ich das? Nee, ich meinte noch eine andere. Ja, ich weiß nicht. Alle unter einem Dach meinst du mit Steve Urkel oder was? Nee, alle unter einem Dach meinte ich auch nicht. Das ist, glaube ich, eine ganz schlimme Situation. Die läuft auch auf Nitro. Eine starke Familie, das ist die Frau, ganz kurz, dann ist es Susanne Summers und das ist eine der... Baywatch? Nee, aus Herzbuben mit zwei Damen. Ach, okay. Das ist die Originalbesetzung da. Okay. Sie hat die dumme Blondine gespielt. Verstehst du, weil Blondinen dumm sind. Das ist schon lustig. Ja, das ist schon lustig. Und da gab es dann halt irgendwie immer so, da waren ja super viele Kinder. Die hatten ja beide, das war ja auch wieder so eine ganz moderne Geschichte. Das war wieder wie The Brady Bunch in den 60ern. Ah, okay. Also die... Die habe ich nicht gesehen. Ich glaube, die lief in Deutschland gar nicht. Es gab dann zwei Filme davon, zwei Fernsehfilme. Die waren super lustig. Die halt auf der gleichen Prämisse irgendwie... Eigentlich ist es, sie bringt drei Töchter mit, er bringt drei Söhne mit. Sie heiraten, dann haben wir diese Patchwork-Familie. Und in den Filmen ist die Familie in den 60ern stecken geblieben, aber die Filme spielen in den späten 90ern. Und die sehen aus und benehmen sich, als wären sie in den 60ern. Ah, ich kenne immer diese Anspielung von wegen, irgendwie so ein 70er, 60er-Jahre-Mobil fährt halt durch irgendwie so eine normale Stadt. Und ich so, hä? Und das sind die Bradys. Die sind, glaube ich, auch in irgendwelchen komischen, lustigen Kinofilmen aufgetaucht. Oder es gab die Brady-Kinofilme. Das meine ich halt, diese beiden Filme. Ich dachte, das waren TV-Filme. Achso, okay. Ja, also beide Filme super lustig einfach, weil dieser Kontrast einfach deutlich macht, dass diese seltsame 70er-Jahre-Einstellung so null funktioniert in der modernen Welt. Da spielt die älteste Tochter in dem Film, spielt die Frau von Ben Stiller. Also die Frau von Ben Stiller spielt die älteste Tochter in dem Film. Die auch mit ihm öfter in den Filmen zu sehen ist. Okay. Ja, aber eine starke Familie, meiner Meinung nach. Kann ich kurz sagen, ein schlechtes Film. Ja, ja, also alle unter einem Dach war halt auch total schwierig, damals mit Steve Urkel. Aber den fand man ja ein bisschen lustig. Ja, aber der war halt so drüber. Und dann irgendwann haben sie versucht... Did I do that? Irgendwann haben sie versucht, diesen Charakter ein bisschen aufzulösen, indem sie dann noch... Stefan. Genau. Den Schauspieler halt einfach so gezeigt haben. Und der soll ja danach einen Mörder... Okay, da gab es ja viele Mythen, aber der soll ja ein Mörder-Drogen-Problem danach gehabt haben. Glaube ich gerne. Aber apropos ähnliche Kerbe an Sitcom. Full House. Ah, Fuller House und Full House. Oh, das war ja immer eine ganz tolle Soße. Humor zum Abgewöhnen. Ja. Aber ich kann ja an der Stelle mal meine Fan-Theorie vortragen. Dass nämlich, die Kinder sind alle drei blond, der Vater hat dunkle Haare, die Mutter, die immer nur auf Fotos sieht, hat dunkle Haare. Einzige erklärbare Lösung ist, dass Joey, der Comedian, der in der Wohnung wohnt, der Vater ist. Ja, ja. Hast du mir erzählt. Übrigens auch ein super Typ, der sich immer benimmt wie ein Arschloch. Dave Coulier. Das ist der Onkel. Genau. Nee, der blonde Comedian. Ja, ja. Der war ja beides Onkels, oder nicht? Nee. Nee? Okay. Nein, nein. Nur der Dingsvonkel. Der Coole. Ja, genau. Der andere ist einfach nur irgendein Comedian und Clown, der in der Wohnung wohnt. Okay. Dave Coulier, der sich so benimmt, dass er... Oh, hallo, willkommen Besuch. Hallo, wir haben das erste Mal nicht einen Aufzug, sondern tatsächlich einen Handwerker direkt vom Fenster. Er geht gerade dem Aufzug hinterher, habe ich das Gefühl. Nice. Dass er in einem der Podcasts, die ich immer höre, immer Dave Coulier genannt wird. Weil er halt immer irgendwelchen Fans Absagen erteilt, sich im Restaurant übernimmt wie ein Arschloch. Was man auch, finde ich, zurecht machen sollte, wenn man in den 80ern in einer schlechten Sitcom mitgespielt hat. Ja. Sehr lustig bei Entourage der Serie. Da ist der Typ, der da den Papa gespielt hat aus Full House. Ja, Bob Denver, glaube ich. Der spielt da, also die ganzen Stars, die mal kurz auftauchen, die spielen halt sich selber. Und Bob Denver ist halt da jemand, der halt oder sich dann halt so präsentiert, indem er halt bei allen komischen Hollywood-Partys überall noch irgendwo auftaucht. Und irgendwie jetzt so ein Midlife-Crisis kriegt und immer auf Drogen irgendwelche ganz jungen Dinger hat. Was halt so ein bisschen auch die Anspielung ist, dass er halt ja immer mit so vielen Kindern und so vielen jungen Mädchen zu tun hat, der in Full House. Und das verarbeitet er ganz bizarr dann halt in der Entourage. Das klingt ein bisschen nach der BoJack Horseman-Figur. Ja. Wird da so ganz bizarr da halt so aufgehört. BoJack Horseman ist ein gutes Sitcom, oder? Genau, das ist die Frage jetzt. Also ich habe mehrere Sachen, also wir könnten, glaube ich, noch ewig über irgendwelche anderen Sitcoms reden. Aber zählen wir Zeichentrickserien zu Sitcoms? Naja, sie sind ja halt so konzipiert, dass sie wirken wie... Genau, wenn sie halt so konzipiert sind. BoJack Horseman wäre ein Beispiel. Beziehungsweise in BoJack Horseman. Horsin' Around. Genau, da ist es ja halt eine Sitcom, die halt dann auch so geschrieben hat und ja alles drauf, also... Simpsons ist ja halt total aufgebaut in das Sitcom. Futurama halt auch, noch ein bisschen anders, aber Simpsons zählt ja eigentlich auch ganz klassisch mit dem Sofa vor dem Fernseher als Lebensmittelpunkt. Dazu Family Guy. Family Guy hätte ich nie gesehen. Und diese ganzen anderen Sachen da, die... South Park? South Park würde ich schon wieder nicht dazu zählen, weil South Park halt sehr viel durch irgendwelche Settings geht und bei den Kindern bleibt. Was ja auch eine Sitcom ist, ist ja selten mit den Kindern als Hauptfiguren. Das haben sie auch mit den Simpsons anfangs probiert, da war es ja viel mehr auf Bart zentriert, wo es so hieß, ach keiner will den vernachlässigenden Vater mit dem Alkoholproblem sehen, aber da war es Homer eigentlich der Star der Serie. Also ich würde aber sagen, für mich ist Bojack noch am stärksten Sitcom. Also das ist halt, weil die sich so stark immer an irgendwelche Orte halten und dann auch vom Aufbau der Szene und dann natürlich auch, dass der halt so einen Sitcom-Hintergrund hat, diese Figur. Das ist dann halt auch nochmal... Und der abgewrackte, drogensüchtige Alkoholiker. Das ist so eine schön geschriebene Geschichte. Und Will Arnettes Stimme ist auch super. Also ich weiß ja, du schaust es im Deutschen. Ja, ich finde den halt total gut. Das ist ja der Typ, der, äh... Wen synchronisiert der? Jeff Butler. Genau, Jeff Butler. Ja. Und da merkst du halt auch, dass er voll Spaß hat dabei. Oder so. Ja. Ja, also im Englischen ist es halt Will Arnette. Will is the boys. Aber das bringt mich zur nächsten Kategorie, die halt auch wieder so ein bisschen fragwürdig ist, ob man das halt als klassisches Sitcom gelten lässt. Nämlich so One-Camera-Shows. Wie zum Beispiel Arrested Development. Ach so. Ähm, Scrubs. Ach. Brooklyn Nine-Nine. Also Brooklyn Nine-Nine ist ja oft einfach dieses, dieses Studio. Also von dem Genom, Brooklyn Nine-Nine würde ich noch am ehesten durchgehen lassen. Ja. Ja, also ich meine Scrubs... Ist schwierig. Also hat ja dann quasi auch so ein Setting, aber halt ein Nicht-Sitcom-Setting. Es ist halt einfach so, so groß, so weitläufig. Das wollten sie ursprünglich als Sitcom machen, als klassische mit mehreren Kameras. Okay. Aber ich glaube, dann hättest du halt diese, ähm, diese Melodramatik, die manchmal da drin ist, nicht geschaffen. Ja, genau. Also das ist superschwierig. Ähm, und, äh, genau, sie haben ja, sie drehen ja in einem echten Krankenhaus. Ja. Oder dreht Hände in einem echten Krankenhaus. Stimmt, aber ein Flügel, der leer war, ne? Nee, das ganze Krankenhaus war leer. Achso, ich dachte, sie hätten... Also es mag sein, dass sie nur in einem Flügel gedreht haben, aber, äh, sie dachten, irgendwie, das gibt die Geschichte, die in den DVD-Extras war damals. Sie dachten, sie hätten Probleme nicht bekommen, leeres Krankenhaus in L.A. zu finden, aber sie konnten sich ans Aussuchen. Ein Hoch auf das amerikanische Gesundheitssystem. Juhu. Und damit ein Heimwerker-Gruß. Auch eine ganz furchtbare Serie. Ich glaube... Ich muss ja sagen, der ganze Part in der Show und im Garten mit den Nachbarn, den fand ich gut. Und mit seiner Frau, das fand ich eine ganz schwierige Sache. Also ich glaube, die Serie kann man auf 30 Minuten zusammenkürzen. Die ganze Serie kann man auf 30 Minuten zusammenkürzen. Nur die Tool-Time-Sequenzen mit der Küche für Männer. Ja, also ich fand ja immer gut, dass halt dieses Pendant von R da war, weil sonst wäre es halt unerträglich, es braucht es halt schon. Weil der ja halt auch einfach, also diese Tim-Figur, auch einfach Männer in ein Klischee-Richtung gedrückt hat. Und seine Frau, dass er halt ja auch immer bestätigen wollte. Und halt er oder der Nachbar halt das immer so entkräftet haben. Weil also er hat eigentlich nur so die Männerposition entkräftet und der Nachbar hat halt auch gerne mal die Frau entkräftet in ihrer Position, die ja halt dann auch eine sehr bizarre Position hat, weil sie wurde ja von einem General großgezogen. Also ihr Vater war irgendwie so ein General, bla bla bla. Und ich weiß gar nicht, ob die Tim-Figur groß von seiner Elternseite ein bisschen was erzählt. Aber das wurde ja immer gesagt, das ist ja der Grund, warum sie diese Männer zusammenhalten kann, weil sie dann halt die auch alle richtig schön zurechtfeift. Und da habe ich gesagt, aber diese moralische Scheiße, also auch dieses krass katholische, das war schon, aber ich glaube, das ist ja generell amerikanisch. Also da sind ja halt irgendwie... Ja, das ist ja auch das klassisches Sitcom-Ding. Am Ende lernen alle eine Lektion. Die Frage ist nur halt, wie dick ist das drauf? Aber das bei Hör mal, wer da hämmert, war es schon sehr dick drauf. Ja, das war so die weiße Hux-Sybel-Version manchmal. Ja, also ich habe ja noch... Aber ich fand halt das in der Show, da fand ich es halt dann oft irgendwie lustig, weil da standen so klassische Comedy-Momente. So einer, der halt total sich abmüht, bla bla bla, und der daneben nur steht, denkt, nee. Und dann, das ist dann immer schön viel. Auch Auftritte in den ersten Staffeln von Pamela Anderson. Stimmt, die war die... An Moderatorin für Tool Time. Ja, aber die hatte ja dann... Also es war ja doch die gleiche Figur, oder war das eine andere Figur? Nee, das war eine andere Figur. Heidi hieß die zweite. Heidi, genau. Heidi war ja so richtig drin, weil die, glaube ich, irgendwann auch was mit Erl hatte oder irgendwie sowas war. Das war ja richtig... Die wurde dann ein bisschen größer von der Figur. Und der älteste von den Fraggles, der tauchte dann irgendwann mal als Bösewicht in der ersten und zweiten Staffel von Smallville auf. Okay, also ich weiß, der Mittlere, der hat relativ viel gemacht. Der vermeintlich Hübscheste auch, ne? Ja, der hat auch in einem, ich glaube, in Unendliche Geschichte 2 die Hauptrolle gespielt. In einem Unendliche Geschichte Teil hat er die Hauptrolle gespielt. Ah, okay, dann war es in 2. Und tatsächlich in einer super Weihnachtskomödie. Aber Tim Erlen hat ja auch etliche Weihnachtskomödie gemacht. Ach, Tim Erlen... Genau, The Santa Claus ist der Grund, warum im Englischen so viele Leute Santa Claus-Fahrt schreiben. Also der Film ist halt Santa Claus mit E am Ende. Also ich dachte... Also die, nee, die Klausel. Okay. Also darum geht es, also der Wortwitz. Aber viele Leute haben es einfach... Also genauso wie Guck mal Konika. Ja. Leute, die mehr Werbeplakate als Bücher lesen. So wie wir also. Ja gut, das ist ja nicht schwer, ne? Aber vielleicht noch zu den anderen Ein-Kamera-Shows. Arrested Development. Da bin ich ja ein großer Freund von. Auch wenn die neuen Staffeln nicht mehr so lustig sind. Muss ich leider zugeben. Also ich muss sagen, ich muss das Ganze nochmal gucken, weil das halt so komplex teilweise war. Ja, also die ersten Staffeln aber auch deutlich besser. Also die Gags stehen auch für sich, fände ich. Also da waren oft irgendwelche Gags, auch an diesem Bananenverkauf stand, kann ich mich ganz dunkel erinnern, die halt einfach für sich funktioniert haben, weil irgendwie das Wetter schlecht war oder sowas. Und was hat er denn nochmal verkauft? Banane oder Banane gebacken? Schokoladierte Bananen, glaube ich. Und das sah auch immer ganz schlecht aus. Und das Gute war auch, wie der Sohn da auf der drinnen saß und keine Lust hatte. Und da gab es dann Diskussionen immer an diesem traurigen kleinen Bananenstand und irgendwie immer diese moralische, lächerliche Komponente von wegen, dass alle in der Familie so angefangen hätten und der Vater sein ganzes Geld auf diese Banane aufbaut. Und später dann auch irgendwie als Terrorist im unausgebauten Dachboden versteckt. Ja, und dann ist er doch wieder eigentlich Agent der US-Regierung. Das ist so abstrakt. Aber das ist halt auch sehr lustig. Und halt einfach das ganz viele Witze. Deswegen muss man ja so aufpassen wie ein Fuchs bei dieser Serie. Sich auf irgendwas beziehen, was jemand mal als einen Kommentar am Anfang der Staffel gemacht hat. Und dann einfach die Show nimmt auch keine Rücksicht darauf, wenn das jemand nicht versteht. Also deswegen verstehe ich es auch, dass sie im Fernsehen abgesetzt wurde. Weil es ist halt echt kein Fernsehformat. Ja, du musst halt so konzentriert dabei sein. Und dann halt auch dieser eine komische Psychobruder, der mit der Brille und den großen Augen, der eine, was ist das, irgendwie so ein Magiker oder sowas. Job, der David Copperfield-Style-Magier. Das sind so viele bezahle Komponente. Das ist auch Will Arnett. Ja, also das ist auf jeden Fall einer der besseren Neuen. Es gibt noch so ein paar Klassiker aus den 90ern, die auch so ein bisschen das Genre umgestellt haben. Und zum Beispiel eine davon... Seinfeld? Also ja, Seinfeld. Dann reden wir zuerst über Seinfeld. Achso, ich habe gedacht, du fragst mich nicht, ich sage Seinfeld. Achso, ja, Seinfeld ist eine davon, ja. Weil es halt ansonsten auch, also Seinfeld ist ja eine komplett amoralische Show. Amoralisch, das heißt keine Moral. Genau. Und die Leute lernen nichts und die Leute verändern sich nicht. Aber war er zum Schluss nicht immer quasi auf der Bühne und hat so seine Sicht des Ganzen zusammengefasst? Also es gab doch immer die Zusammenfassung. Ja, aber ohne Moral. Also es basiert teilweise auch aus Auszügen aus seinem Comic-Programm. Ja, also... Und die Figur von George Costanza, also der Kleine mit der Brille, George Alexander, basiert so ein bisschen auf Larry David, dem Produzenten der Serie, der jetzt auch eine eigene Serie hat, Kirby Enthusiasm. Keine Ahnung. Auch ein gutes Sitcom übrigens. Ja, okay. Super. Also auch eher so eine Einkamera-Show. Also ein bisschen wie aus dem Leben von George Costanza halt. Und ansonsten basiert das Seinfeld immer darauf, die Figuren verändern sich nicht, ihre Einstellungen verändern sich nicht, die Beziehungen zueinander verändern sich nicht. Aber das ist sehr menschlich. Also das ist sehr alltäglich. Dass man nicht denkt von wegen, ach ja, mit denen habe ich jetzt geredet, jetzt ist die Sache durch. Sondern eigentlich kennst du so diese klassischen, ich will nicht zur Familienfeier, weil da ist der, der, der und der ist immer scheiße, weil der ist immer rechts, der ist immer so und so was. Und dann sind, das sind Menschen, die, also im besten Fall schaffst du es irgendwann mal in deinem Leben, so ein paar Eckpfeiler von dir zu ändern. Aber generell sind wir nicht die Typen, die Viecher, die halt so wie im Fernsehen immer zack. Und alle vertragen sich. Und das ist halt auch die Serie. Georges Eltern sind immer irgendwelche groben Sturköpfe. Und zur Familien oder zur Weihnachtsfeier bleiben sie grobe Sturköpfe. Da ändert keiner seine Einstellung. Und das ist auch nicht so, das hatten sie mal vorgeschlagen, dass es dann halt eine Romanze zwischen Jerry und Elaine geben sollte. Gibt es nicht. Weil sich die Beziehungen zueinander nicht ändern. Und Elaine hat dann immer irgendwelche komischen Freunde. Jerry hat immer irgendwelche komischen Freundinnen. Aber das verändert sich nicht. Das ist halt mal so ein bisschen on-off. Hast du das regelmäßig geschaut? Ja. Okay, das habe ich nicht gemacht. Als es auf ProSieben lief, ja. Das ist beiläufig immer, aber nie so bewusst. Und die Pointe, also die Folge ist ja basiert ja auch immer darauf, dass es so mehrere Handlungsstränge gibt, die parallel verlaufen. Und die am Ende zu einer geschlossenen Pointe zusammenlaufen. Ja. Und am Ende der Serie ist es genauso. Ja. Das Staffelfinale ist das, es sieht so aus, als ob sich das Leben für alle verändert, weil sie einen Flug gewinnen. Aber auf ProSieben, das heißt, du hast sie immer synchronisiert gesehen. Okay. Und Kramer hat Wasser im Ohr und springt so wild durchs Flugzeug, stürmt ins Cockpit und die Maschine muss in Not landen deswegen. Und sie sitzen halt irgendwie der festen Tag, bevor ihr Flug weitergeht und sehen, wie jemand überfallen wird, aber greifen nicht ein. Und in diesem Staat, in dem sie notgeladen sind, gibt es ein Gesetz, wo sie dafür ins Gefängnis müssen für unterlassene Hilfeleistung. Und also nicht nur Hilfeleistung unterlassen, sondern während jemand überfallen wird, machen sie sich noch über ihn lustig. Und der Prozess soll dann halt entschieden werden, indem sie Charakterzeugen vorladen. Und dann kommen die ganzen Leute, denen sie über die zehn Staffeln der Serie Schreckliches angetan haben und sagen dann aus über sie. Ja, das ist ja super. Und am Ende sitzen alle vier im Gefängnis. Und so endet die Serie. Also alles, wofür sie halt die ganzen Jahre über einfach so davongekommen sind, kommt dann zurück und sorgt dafür, dass sie in den Knast müssen sogar. Und das ist ja geil. Also George zum Beispiel seine Frau umgebracht hat in der Serie. Oh, echt? Nicht unbedingt absichtlich, aber die wollten heiraten. Also auch wollten die Beziehung verändern. Und für die Einladung hat er sich dafür entschlossen, die billigsten chinesischen Umschläge zu kaufen. Ach, sie hat die angeleckt und vergiftet, ne? Ja. Ja, das ist doch irgendwie, war noch drin. Ja. Aber dieses Prinzip, dass wir enden eine Serie und da lassen wir alle nochmal wiederkommen, das hat Quantum Loop gemacht. Quantum Break. Loop. Loop? Hieß es Quantum Loop? Ja. Der Quantensprung, Zeitbeschleuniger. Genau, zurück in die Vergangenheit. Die sind es auf Deutsch. Und da war der nämlich, ist er halt reingesprungen und war eine Figur in einer Bar. Und kannte den Barkeeper, weil der Barkeeper, glaube ich, irgendwie sein bester Freund damals beim Militär oder sowas war. Und dann hat er gemerkt, dass um ihn herum alles die Menschen saßen, in denen er mal reingesprungen ist. Und das war die letzte Folge, aber nicht sein letzter Sprung. Und zum Schluss siehst du es dann von wegen, dass er es nie geschafft hat nach Hause, dass er aber immer ein Stück altern konnte beim Springen und somit halt irgendwann den letzten Sprung gemacht hat und dann in der Figur, in der er war, gestorben ist. Das fand ich halt irgendwie natürlich total traurig, aber so funktionieren am besten Abschlüsse, dass du nicht sagst von dem Ding, alles gut, tschüss. Sondern dann denkst du, warum geht es ja nicht weiter? Sondern traurig. Und dann, okay, dann ist das Ende. Ja. Was ist mit King of Queens? Auch da fällt mir ein, dass Randy, da waren wir aber schon im Studium mal gesagt hat, dass er sich halt damals noch Videothek, als wir angefangen haben zu studieren, sich bei einer Videothek alle Staffeln über ein Wochenende reingepumpt hat. Ich dachte, das kann ja nicht sein, das sind doch zehn Staffeln oder so. Du bist ja bescheuert. Und immer nur Lauf, Nächste rein, zack. Aber was ich total gut finde, was mir total oft einfällt, da muss ich irgendwie dran denken, als ob du den immer kopierst, ist der Vater. Weil so oft sind wir draußen. Und ich denke immer, Klaus, deine Drinnen- und Draußenstimme, wie laut Klaus im Supermarkt und irgendwas im Gag schreit. Der Vater von Ben Stiller. Ja. Arthur Stiller, glaube ich. Nee, Jerry Stiller. Und dann denke ich, das war viel zu laut. Geben Sie mir bitte die anderen Süßkartoffeln. Sir, sind mir die Süßkartoffeln? Ich möchte die anderen Süßkartoffeln. Sir, geben wir jetzt den verdammten Süßkartoffeln! Arthur, Arthur, wir haben über deine Drinnen- und Draußenstimme geredet. Das ist die falsche. Du musst die Drinnen-Stimme nutzen. Und dann immer die ganzen Geschichten, von dem, weißt du eigentlich, wer J. Edgar Hoover damals geholfen hat? Und dann, oh mein Gott, ja. Ich weiß, da gibt es auch noch so einen Gag, wo irgendwie Carys Eltern da sind und beschäftigt werden müssen. Und, nee Quatsch, Ducks Eltern sind da und beschäftigt werden. Und er ist dann so, was, wir können sie doch nicht mit Arthur zum Kaffee trinken schenken. Denk doch mal daran, was er erzählt. Ich habe den Kaffee erfunden! Da kam dann irgendwann raus, dass sie halt immer wieder einen neuen Hund gekauft haben, um Dagi dann halt nicht zu traumatisieren, auch mit, weiß nicht, 35, dass sein Hund schon längst tot ist. Und dann machst du dir nicht auch irgendwie das Gefühl, dass er gerade mal eine Welpe irgendwie ausgelöst hat? Der war immer so kleine Jung, immer hübsch und munter, ne? Der Kleine, ja, 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 ja! Die hatte eigentlich, die fand ich auch ganz gut für den Spätis gekommen. Die hatte ganz coole Dinger. Weil einfach, der Vater hat auch einfach so geile Sachen gemacht und dann halt auch die Nebenfiguren, die halt einfach nur aushalten, auch irgendwie... Deacon und... Ja genau, hat er irgendwie dann auch seine Männer da in einer Garage wie Al halt auch. Die waren halt bloß nicht so abstrakt gezeichnet. So bei Al waren es ja halt mit... Wie heißt der Rooney, der... Bob Rooney. Bob Rooney, der war Polizist, oder? Genau. Nee, Officer Dan war der Polizist. Der war auch total dick. Ach ja, Officer Dan, wo waren Sie letzte Woche, als ich von meinem Laden überfallen wurde? Wo waren Sie letzte Woche, als ich vor Ihrem Laden überfallen wurde? Auch ein schönes Statement zum Stand von Chicago. Da muss ich auch sagen, beste Synchro von Tramets, beziehungsweise generell bestes Spiel. Tramets ist ja nicht so mein... Als Jefferson Darcy. Ja, super. Ich fand ihn halt auch super in Saber Rider und die Starsheriffs. Ja, gut, das habe ich auch nicht so gesehen. Ja, als Jefferson Darcy, als Synchro-Typ. Also ich fand auch beide Männer von Marcy fand ich gut, den Jefferson und den Steve. Und Steve. Fand ich halt auch geil. Und auch, dass sie das so gemacht haben und dann auch einen komplett anderen Typen so geholt haben. Ja. Und es kam aber auch nie so richtig raus, warum Jefferson, also weil Steve wirkte noch passender. Ja. Und da war es noch sehr, sehr jung. Und ich fand Jefferson, der wirkte halt so, der war so der California Dreamboy und sie war halt so so eine Hardcore-Emanze als Klischeebild. Und dass die zusammengefunden haben, da gab es selten so Momente. Die haben ja irgendwie besoffen geheiratet. Ja, aber danach trotzdem haben sie es ja durchgezogen. Hätten sie ja auch irgendwas machen können. Aber so viele schöne Folgen. Ich glaube einfach, weil er immer ihre Sexspielchen mitmacht. Okay. Aber so viele schöne Folgen, muss ich dran denken, als sie das Sofa gesucht haben, weil es Sofa verbrannt ist, haben sie halt das Peggy-Sofa gesucht. Zu diesem Original-Sofa-Produzenten, wo die Brandflecken auch dazugehören. Genau. Und der hat dann in so einer Scheune, der ganz viele von diesen hässlichen Dingern hat. Die hatten auch mal super Nebenfiguren. Wenn die irgendwo auf dem Land oder wenn die halt irgendwie Al's Mutter, äh Quatsch, Peggys Mutter mal besucht haben. In Wanker County. Und das war dann wie... Ich bin eine Wanker, Al. Und dann halt irgendwie immer, die sah man ja nie. Es war immer nur wie so ein Erdbeben oder sowas. Dass sie gesagt hat, oh mein Gott. Ja. Oder halt wie gesagt diese ganze No-Mam-Truppe. Ja, das war ja dann irgendwie spätere Staffeln erst. Ja. Und dann auch die ganzen Momente, wenn Al, was ganz, ganz selten war, sich mal gefreut hat und dann so eine Tanzmomente, diese... Diese Geräusche. Vier Touchdowns in einem Spiel. Highschool-Football. Ja, das ist ja bei den Ligen schon so, dass das ziemlich hoch ist, oder? Also hier wäre es dann irgendwie, hier gibt es so viele Ligen, aber da ist ja halt dann... ...Stufe von College-Football und danach ist ja Profi. Genau. Und das ist halt dann... Ja, also U21 quasi. Da habe ich noch eine Sitcom-bezogene Frage für dich. Na, wie geht es denn so? Friends? Habe ich nie so dolle... Ist ja auch ein Klassiker der Sitcoms. Ja. Ich glaube, er nicht ganz so gut gealtert. Fand ich damals super, obwohl ich nie die letzte Staffel gesehen habe. Vielleicht deswegen. Wahrscheinlich. Ich habe nie die letzte Staffel Smallville gesehen. Die zehnte. Am Ende hat er einen Cape an. La, 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 la. Wir können ja mal über neuere, klassisches Hitcoms reden. Was heißt neuer, klassisch? How I Met Your Mother? Fand ich früher, als die rauskamen, fand ich die super. Also war schon so, dass man das Gefühl hatte, oh, diesen Freundeskreis, diese Konzeption finde ich schon ganz geil. Halt auch irgendwie die Sache, dass sie halt immer zu viert in der Bar saßen. Also die haben ja halt eigentlich so zwei große Punkte gehabt. Was ist fünf? Was? Sind fünf. Ah, okay. Das Paar, Ted, Barney und Ronny. Einer stand da nur, er saß da mal quer. Aber die hatten ja halt immer ihre Wohnung oder die Bar und das fand ich halt ganz gut und dass die Bar halt so... Was ja auch ein bisschen wie bei Friends ist. Okay, weiß ich nicht. Also die haben auch die Wohnung oder später beide Wohnungen und das Central Park. Ach, wo diese Blonde da an Magitari gespielt hat, ne? Äh, Phoebe, genau. Die Alkoholikerin ist übrigens... Das habe ich beim ersten Mal als die Serie gesehen habe, nie... Die Figur oder die Schauspielerin? Die Figur. Also beim ersten Mal habe ich es nie verstanden. Aber wenn man das nochmal sieht mit dem Bewusstsein, ist es offensichtlich, dass sie schwere Probleme hat. Okay. Ich dachte immer, das wäre so ein Blumenkind immer gewesen. Ja, aber so wie sie sich benimmt, ist es schon... Okay. So ein bisschen wie die Mutter in den wilden Siebziger, die ja auch immer am Alkohol nascht. Das finde ich zum Beispiel auch eine gute Sitcom. Die finde ich zum Beispiel besser als How I Met Your Mother. Also weil die kann ich jetzt immer noch anschauen und How I Met Your Mother ist leider dann halt einfach totgesendet worden. Die lief auch viel zu lange. How I Met Your Mother lief fünf Staffeln zu lange. Also das war... Man merkt dem deutlich an, dass es irgendwie für eine kürzere Serie konzipiert war. Ich fand es immer schon, es hat sich ein bisschen sehr von einer meiner liebsten Sitcoms abgeleitet, nämlich Coupling. Ach, die britischen, ne? Genau, so eine britische Sitcom aus den frühen 2000ern, die super ist und die halt auch schon viele von den erzählerischen Mitteln einsetzt, die How I Met Your Mother auch macht. Also irgendwie krasse Übergänge und... Die ist nicht so zart, die ist schon mehr drauf, ne? Dieses Coupling ist doch vorhin wegen, dass die alle miteinander und betrogen und nicht erzählen und so und so. Nee, nein, nein, nein. Achso, ich glaube. Nein, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee, wirklich nicht. Im Deutschen hieß die Wer mit wem und wurde angepriesen, dass die alle miteinander was hätten. Jetzt sagst du, überhaupt nicht. Nee, ist es auch nicht. Ja, genau. Also, nee, wirklich nicht. Es geht ja, also Coupling, aber geht es halt darum, dass die beiden Protagonisten, also der Protagonistin und die Protagonistin zu einem Paar werden im Laufe der Serie und die anderen haben halt drumherum so ein paar Sexgeschichten, aber nicht unbedingt miteinander. Also es ist, es war, wurde immer geschrieben als Friends mit Sex, was stimmt, aber... Friends hatten keinen Sex, doch. Ja, aber halt nicht so offensichtlich, sie haben nicht offensichtlich darüber geredet. Beziehungsweise sie hatten auch immer diesen Nachbarn, der irgendwie nackt plötzlich am Fenster stand und den man singt. Der hässliche Nackte von nebenan. Der ist irgendwann ausgezogen und hat Ross die Wohnung bekommen. Okay. Ja, also Coupling, super Serie. Ein bisschen schwer heute anzusehen, weil es noch in diesem alten 4 zu 3 Format ist und echt nicht so schön gefilmt ist, weil es hat halt einfach so super... Naja, 4 zu 3 ist doch alle Sitcoms jetzt noch von früher. Ja, genau. Ja, aber ich meine, da tut es halt besonders weh, weil es hat halt einfach so super spezielle Episoden, was halt im Fernsehen sich erst viel später etabliert hat. dass zum Beispiel, es gibt eine Folge, in der Jeff, der verrückte Waliser, sich versucht, an der Israelin ranzumachen und sie spricht halt die ganze Zeit Hebräisch und er versteht nicht, was sie sagt. Und das wird auch nicht übersetzen. Also sie spricht einfach die ganze Folge über Hebräisch. Also die halbe Folge. Danach sieht man aus ihrer Sicht, sie spricht Englisch und er spricht irgendeine Fantasiesprache, weil sie ihn nicht versteht. Das ist so ein bisschen wie Knecht Ruprecht, wenn irgendwie Hummer was sagt. Ja. Ja. Also solche Geschichten. Es gibt eine Folge, die komplett im Splitscreen aufgenommen ist, wo es halt zwei Handlungsstrengen gibt, die sich gleichzeitig abspielen. Ja. Und man muss beide verfolgen. Also halt einfach da eine Serie, die durchaus ihrer Zeit voraus war, auch der gleiche Produzent wie bei Sherlock, Steve Moffett. Aber warst du nicht vorher bei einer anderen? Die hast du sonst so reingepimmelt. Ja, weil wir über How I Met Your Mother geredet haben und How I Met Your Mother hat halt viele Sachen davon aufgenommen. Irgendwie was so, ja, wir machen jetzt mal hier was ganz Verrücktes und so, ja, aber eigentlich hat das eine andere Serie für euch schon zehn Jahre früher gemacht. Sehr gut fand ich, ah genau, da haben wir dann gesagt, dass die 70er-Jahre-Show, wie heißt die nochmal? Die wilden 70er. Die wilden 70er. Oder That's Heaven's Show. Das Ding halt einfach, das gut gealtert ist, weil es halt glaube ich in einer anderen Zeit und sowas und die Figuren und die Geschichte mir jetzt noch gut angefangen hat. Und weil es ja auch eine Parodie auf die 70er ist. Ja. Und diese... Oh, da fällt mir ein, also im Stile der 70er, weil es glaube ich ein 70er-Spiel, aber eine Comic-Serie ist, aber für mich wie ein Sitcom ist, ist auch noch F stands for Family. Ah, die von Bill Burr. Die ist auch voll gut. Dieser schreiende amerikanische Comedian. Ja, der sich auch schon an irgendwelche Kinder vergangen hat oder sowas. Ne, das ist, ich glaube du meinst jetzt Louis C.K. Ah, ja. Das war nur Praktikantinnen, keine Kinder. Okay, ja, die finden zum Beispiel auch sehr gut. Ja, übrigens auch. Louis C.K. hat sich auch echt keinen Gefallen getan mit der Geschichte und beziehungsweise mit seiner Reaktion darauf. Wieso, was? Ja, er hat noch echt dumme Witze gemacht. Super. Anstatt sich, also er hat sich entschuldigt für das, was er getan hat. Also halt so im Wortlaut war es, naja, nachträglich verstehe ich, wenn ich der Chef von jemandem bin und ich frage die Person, ob sie meinen Penis anfassen will, ist es nicht ganz freiwillig, auch wenn sie Ja sagt. Äh. Und wenn er dann in diese Entschuldigung hatte, hat er lauter dumme Witze eingebaut, wo es so, ja, offensichtlich hast du nicht verstanden, was das Problem war. Äh. Naja, so, genug über Louis C.K. Ähm, aber vielleicht können wir noch kurz über unsere Lieblings-Sitcom reden, Big Bang Theory. Wir fassen kurz alle guten Witze der Big Bang Theory zusammen. Danke. Die Blonde war davor in einer anderen Sitcom. Kaylee Kuko. Da war sie auch in einer Sitcom, wo ein Mann unerträglich, unverstorbener Frau, also hatte drei Kinder von einer verstorbenen Frau. Drei, drei, drei Töchter. Die hieß, glaube ich, ich und meine Töchter oder alle meine Töchter oder so. Geil. Und die Serie habe ich gesehen. Aber das war so ein Übergang, glaube ich, Ende der 90er, Anfang 2000 oder so. Und daher kannte ich die, weil da war sie halt eine Figur, die genau so gespielt hat wie Surprise. Die ist, die Serie ist ja auch von Chuck Law produziert, der auch Roseanne gemacht hat und Two and a Half Men. Roseanne habe ich früher gesehen, fand ich früher gut. Fand ich auch schon nicht gut damals. Also ich bin mich kein großer Fan von. Ich mag die ganzen Chuck-Law-Sachen nicht, also abgesehen von den ersten zwei Staffeln und Two and a Half Men. Aber das finde ich liegt ausschließlich an Charlie Sheen damals. Und dem jungen Trottel. Ja, aber du hast halt gemerkt, dass Charlie Sheen da mehr Einfluss hat als Chuck Law. Und irgendwann als Chuck Law so seine klassischen Sitcom-Dinger da durchgedrückt hat, wie, nein, nein, Charlie muss jetzt eine Frau finden und sich verlieben und hat dann lustige Probleme, weil er mit jemandem zusammenleben muss. Ja. Ja, also das ist halt ein bisschen... Gibt es eigentlich deutsche Sitcoms bis auf die Adaption von Zurück in der Zukunft? Es wird ein bisschen knapp jetzt. Es ist schon fast eine Stunde zehn drin. Was heißt denn? Ekel Alfred ist so eine klassische... Stimmt. Es gibt ein paar, ich habe nie welche gesehen. Also Ekel Alfred ist ein... Ekel Alfred habe ich gesehen. Ich kenne nur den Silvesterpunsch. Echt? Ja. Nee, da habe ich... Ich habe die halt... Die ganze DVD-Works habe ich alles gesehen. Hieß ja auch nicht Ekel Alfred. Nee, wie hieß denn das? Ich bin gerade echt peinlich berührt, weil ich gerade nicht auf den Namen komme. Und die andere, die Südwest... Hausmeister Krause gab es auch noch? Stimmt. Während du den Namen da suchst? Und Familie Heinz Becker. Ja. Familie Heinz Becker ist eine Südwest-Produktion und die ist halt... Damals war die ganz gehypt in den 90ern und wie heißt der? Gerd Dudenhöfer oder sowas ist glaube ich der Heinz Becker und der ist halt auch dann in der Region total gefeiter Comedian-Star. Die Frau wurde einmal ausgetauscht, aber sonst bedienen sie auch ganz klassisch an die Sitcom-Dinger. Bloß dann halt einfach ein deutsches Wohnzimmer, wo halt das so eine Eck-Couch ist und so und sonst was. Ich weiß, es gibt noch... Also bei so vielen Sat.1-Sachen bin ich mir nicht so sicher. So wie Mensch Martin oder so, ob das eine Sitcom ist, weil ich es nie gesehen habe. Also und da wird halt jedes Jahr zu Heiligabend wird halt so wie der Silvesterpunsch zu Silvester wird halt Heiligabend auf ARD oder ZDF Familie Heinz Becker die Weihnachtsfolge gezeigt, weil das halt mittlerweile auch so ein Klassiker ist in manchen deutschen Bundesländern, dass es halt Weihnachten immer gesch... Okay. Gesundheit! Danke. Wie ist denn... Ah, Ein Herz und eine Seele. Ah. Und das war wiederum orientiert an einem britischen Original. Das war halt auch keine deutsche Erfindung, sondern genau... Also nicht generell das Sitcom, sondern genau die Folge, genau die Serie wurde halt orientiert an einer britischen Arbeiterfamilie, weil er Arbeiter war, der EK Alfred und Dieter Krebs ja auch da ganz groß drin. Spät er ja nicht mehr mit Dieter Krebs. Zum Schluss war er so ein Dicker dann mit Dieter ersetzt. Und dann hat dann auch die Frau wurde dann halt auch ersetzt von... Ach, wie hieß die denn? Du, die Wanne ist voll! Hu, hu, hu! Das war noch Dieter Haller vorn und wie hieß die Frau, die er in der Wanne hatte? Jedenfalls hat die später dann die Frau bei Herz und eine Seele gespielt. Aber das ist auch eine echt... Also die späteren Folgen mit Austausch von zwei Schauspielern auch in Farbe ist halt auch schwieriger, finde ich. Aber die ersten... Ich weiß nicht, ob es da Staffeln sind, aber die ersten zehn Folgen sind echt gut. Richtig gut. Also auch nicht dieses drüber... Also für die Zeit damals war es natürlich die ganze Zeit, dass er zu schummert und so war das Publikum halt auch. Das ist auch lustig zu hören, dass das nicht irgendwelche Ha-Ha-Lacher sind, sondern eher mehr hu, so was sagt man doch hier nicht. Ja, weil das war ja schon direkt echt ein Ekel. Da war ja Sexist und Rassist und sowas und so ein kleiner... Bei der CSU würde man heute sagen. Ah, hier. Da gab es angelehnt an Ekel Alfred, gab es Anfang der 90er Motzki. Und Motzki war halt das ostdeutsche Pendant zu Ekel Alfred und der hat irgendwie in Berlin oder sowas gespielt, hat in Berlin gespielt. da haben sie es aber nicht als Sitcom, also nicht als ein Kamerading oder in so einem Studio, sondern das war halt dann ganz normal, aber der war halt daran angelehnt und der hat dann in so einem Altbau gewohnt, wo dann halt eine türkische Familie, eine alleinerziehende Frau, bla, bla, bla und der hat die halt alle derbst halt angekackt. Da wollten sie nochmal ein Ekel Eifel dran. Das ging auch nach hinten los. Das war halt dann auch nur, also wenn du nur beleidigst, ohne Comedy und sowas, ist das halt auch sehr schwierig und dann auch mal so harte Beleidigungen, denkst du ja, oh, der ist ja krass, ist ein bisschen viel. Hast du noch eine Sitcom? Ich überlege, ob ich noch so eine essentielle habe, eigentlich so die ganz wichtigen. Ja, deine essentielle ist das, äh, äh, ähm, äh, 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 Nebenfigur? Nebenfigur? Also ich meine, wir schließen jetzt mal den ganzen Hauptcast aus, ne, also alle, die immer mitspielen. Äh, äh, wenn du Nebenfigur sagst. Ach so, ja, ich meine, gibt es da, aber es gibt ja keine regelmäßige Nebenfigur, oder? Ne, es ist ja nicht so ein bisschen, ähm, was wir mit den Nebenfiguren, das ist ja auch so ein Ding der Simpsons und von Scrubs und so, wo du halt so den Stammcast hast, die immer mitspielen. Ja. Und da hast du halt so wiederkehrende Nebenfiguren wie den Todd oder Miss Crububble. Ja, okay. Aber das Ganze war es bei einer schrecklich nette Familie nicht und die anderen waren ja dann schon eher so sehr einseitige Charaktere wie Officer Dan und, äh, Bob Rooney, also die Nebenfiguren fand ich da gar nicht so interessant, glaube ich. Obwohl Bob Rooney natürlich halt immer gut für einen Lacher ist, aber es ist halt einfach auch, äh, wenn er dem Boogie tanzt im Hintergrund. Ja. Wie hieß diese, äh, Oben ohne Bar, wo sie immer waren? Äh, ich glaube, die hieß immer nur, äh, die Nacktbar im Deutschen und, äh, The Jiggly Room. Jiggly Room. Und sein, äh, sein Magazin, was er immer gelesen hat, hieß Guns. Big Guns. Big Guns. Ja. Das, was heißt Deutsch, hieß auch immer nur das, das Titten Magazin. Naja, wenn sie drüber geredet haben. Ja. Ähm, und der alte Dodge. Ach, das Ding, ja stimmt. War nicht irgendwann von wegen, wenn das Ding auf Null kippt, wenn jemand dabei wäre, dann kriegen sie halt irgendwie einen Preis oder das Ding neu oder so. Und er fährt dann irgendwie die letzten Kilometer ran und dann schläft er in der Garage ein. Und bockt ihn doch auf, ne? Ja, er löst dann irgendwie die Handbremse und er fährt dann runter und rollt über und nullt dann. Ach so, ich dachte von wegen, dass das Ding aufgebockt wäre, dass es die ganze Zeit rollt und er dann irgendwie einpinnend dabei sich das Ding abbockt und rausfährt. Ich dachte, er hat nur die Handbremse angezogen. Aber, also irgendwie, also eine der beiden Varianten, ja. Ja. Ja, der alte Dodge. Und die, wie hieß nochmal seine Toilette, seine Lieblings-Toilette? Ferguson. Wo, wusch. Genau. da viel besser als ich Ferguson fand ich ja immer die Kaiser. Die Klimaanlage, die er holt. Okay. Hast du so eine alte deutsche? Genau, eine Hitzewelle in Chicago. Eine preußische. Er soll eine Klimaanlage holen und er holt eine Kaiser. Das Beste, was die deutsche Technik von 1940 zu bieten hatte, steht noch drauf, Besitz von Erwin Rommel. Das war doch auch so ein ganz lautes, großes Ding. Ja, er sorgt dann für einen Stromausfall in der ganzen Nachbarschaft. Da fällt mir gerade ein, hatten die nicht mehr eine Folge, wo die auf einem Kreuzfahrtschiff waren und man sah sie die ganze Zeit nur unten. Mit Gilbert Gottfried. Gilbert Gottfried war die ganze Zeit. Ja, dieser Kamedien, der war auch, als ob er in die Sonne guckt. Mit dem sie dann auf dem Rettungsboot landen. Ja, so ein Schichtdienst von den Bikinidamen und den fülligen Frauen, oder? Und dann war es dann, aber die Szenen spielten voll oft irgendwo in so einem Bauch des Schiffes und so einer Lager. Ja, sie hatten halt irgendwie so falsch geboot oder so. Nee, sie hatten, L hat eine Karte gewonnen in der ersten Klasse auf diesem Schiff. Ja. Und dann hat Pac ihn dazu gezwungen, das zu tauschen gegen zwei Karten. Dann haben sie halt zwei Karten in der, was weiß ich nicht, Economy Class oder so. Ja. Und dann, irgendwie haben sie dann, mussten sie versorgen, dass Marcy und Jefferson auch mitkommen und dann haben sie vier Karten in der Unterunter-Touristen-Klasse bekommen. Und dann sind sie halt einfach im Maschinenraum mit so ein paar alten Militär-Lazarett-Betten zum Ausklappen. So ein bisschen Titanic-Style. Ja. Super. Ja. Ja, ja, ja. Ja, gut, haben wir noch was außer eingeblendete Lacher? Ja, kann sein, dass du noch irgendwie einer hast, du sagst, dies, ist eigentlich Stromberg, ist das Hitcom? Finde ich halt auch wieder, es ist genau für mich so ein Grenz. Also eigentlich ist es ja eine Mockumentary. Ja, eben, für mich genau so ein Grenzfall wie Modern Family. Und also ich finde es ja bei diesen ganzen Ein-Kamera-Shows schon schwierig zu sagen, das haben wir ja auch gesprochen. Was ist denn eine aktuelle Sitcom, die jetzt noch produziert wird, die jetzt nicht Big Bang ist oder sowas? Ah, Big Bang Theory ist echt... Da gibt es ein schönes Video von Wisecrack, wo sie zehn Minuten auseinandernehmen, warum die Show nicht lustig ist. Also nicht einfach nur sagen, sie ist nicht lustig. Also ich habe auch einmal gehört von wegen, dass sich Drehbücher geändert haben und die Figur, was ich einmal erzählt habe, von dem... Genau, von dem Shelton hat sich so geändert, weil am Anfang war er so autistisch, bla bla, und dann plötzlich hat sich das gedreht und er reflektiert seine alte Figur jetzt als mehr oder minder normal und das ist total schwierig, weil somit kann er halt auch Beziehungen führen und so ein Ding und das war früher nicht möglich und das war das Lustige. Aber er oder jemand anders wollte halt eine Entwicklung seiner Figur und dann haben sie das und dann war es halt voll Wumms. Aber ich würde behaupten, auch wenn sie es nicht gemacht hätten, irgendwas ist das Ding auch tot. Also bei Wisecrack meint man da in der Analyse das halt so schön, weil sie herausstellen, es sind halt erstens sind sie ständig nur beleidigend zueinander und zu dem, was sie vorgeben zu sein, nämlich Nerds und auch so Teile dieser Comic- und Wissenschaftskultur, beleidigen sich aber deswegen die ganze Zeit untereinander. Man hat nie das Gefühl, dass sie auch wirklich Freunde wären und es ist jedes Mal so, dass die Referenz der Witz ist. Also wenn sie sagen, ja, wir spielen jetzt hier als zwei Teams, Transformers gegen Game of Thrones und das Publikum lacht und das war aber nicht der Witz. Das war, sie haben einfach nur irgendwas genannt und es ist einfach nur irgendwas, was ich kenne, also lache ich und dann gibt es auch noch ein schönes Video dazu, vielleicht poste ich das mal auf unserer Seite, phönesupport.com in die Folgenbeschreibung, ich versuche mal das einzubauen, wo es darum geht, wie frauenfeindlich die Serie eigentlich ist. Weil man lässt es halt, also diese Macho-Kultur, wenn es so offenherzige Machos sind, wie zum Beispiel Joey bei Friends hat es schon mal irgendwas Anrüchiges, aber wenn es halt eigentlich diese Nerds sind, dann ist man geneigt, das zu verzeihen, aber das ist ja auch einer von denen ist ja auch richtig pervers, also der irgendwie mit der Kamera am Fuß mehr oder weniger Frauen filmt. Also der benimmt sich Frauen gegenüber nicht anders als der Todd bei Scrubs, aber ist das halt unter dem Deckmantel des harmlosen Nerds. Das Video heißt The Adorkable Misogyny of the Big Bang Theory. Ich werde das mal in die Folgenbeschreibung posten. Es gibt schon noch ein paar, aber von denen habe ich halt leider nichts gesehen. Es gibt Veep, da spielt auch der jüngere Bruder Buster aus Arrested Development mit und Elaine aus Seinfeld, die Vizepräsidentin ist. Also deswegen... Hier, kennst du noch Chaos City mit Michael J. Fox? Spin City, ja. Hieß das in deutschen Chaos City? Ja. Also dann hieß es in englischen Spin City, ja. War das Sitcom? Ja, ne? Ja. Das fand ich voll gut. Ganz klassisch. Die war auch sehr unterhaltsam, ja. Die fand ich voll gut. Was später dann auch Charlie Sheen war. Echt? Michael J. Fox muss da krankheitsbedingt aussteigen, ja. Weil Michael J. Fox und der Bürgermeister war halt so eine super Fallhöhe zwischen den beiden immer so. Das war voll gut. Weil er war so schnell und der Bürgermeister war halt immer so langsam und nichts geschnallt und wollte mal eklig irgendwelche... Ja. Ja, die war richtig gut, ja. Also es gibt eine, die habe ich nicht gesehen, die soll aber ganz gut sein, The Good Place, wo es um das Nachleben geht. Auch mit Ted Danson aus Cheers. Okay. In der Hauptrolle. Cheers haben wir gar nicht genannt. Oder Frasier, die Spin-Off-Serie davon. Aber Frasier habe ich ein bisschen gesehen. Echt? Also Cheers habe ich immer gesehen. Nachts. Auf RTL. Ja, also theoretisch läuft die Arrested Development noch. Ja. Da müsste ich nochmal durch, weil die waren so komplex, wie du vorhin gesagt hast. Ja, aber wie gesagt, die ersten Staffeln sind, also die erste Netflix-Staffel war sowieso so ein bisschen seltsam. Die haben sie jetzt nochmal umgeschnitten, dass sie eher klassisch erzählt ist. Und die neue Netflix-Staffel finde ich bisher noch ein bisschen unterwältigend. Aber das ist auch nur die erste Hälfte der Staffel, die bisher veröffentlicht ist. Deswegen weiß ich nicht, ob die zweite das halt, weil das macht Arrested Development ja ganz gerne, dass sie die erste Hälfte die Gags aufbauen und die zweite Hälfte machen sie dann die Pointen. Das ist halt ein bisschen ungünstig, dafür ist aber für das Format The Good Place. Archer, theoretisch, aber weder viel von gesehen, auch so eine Zeichentrickserie. Merke mittendrin, läuft auch schon lange, lange nicht mehr. Oh, Merke mittendrin? Ja, die habe ich auch mal gerne gesehen. Ja, auch großartig. Ja, auch. Brian Cranston ist halt ein super Typ. Also finde ich auch super, was der, eine der großen Dinge, aber glaube ich, wie er total verliebt in die Schnellläufer war oder sowas und wie er dann selber sich so einen hautengen Anzug da und dann wie er dann diesen Lauf in Zeitlupe, also der war sich für nicht zu schade. Ja, oder aus der Folge finde ich krass, wo er sich diesen Protein-Shake macht aus irgendwie Butter, einem Ei, also was er alles reinmacht. Du siehst aber, dass er das trinkt. Ja, in einem Take, er macht das in einem Take, trinkt es runter und geht ohne mit dem, was für ein geiler, geiler Typ. Ja, oder also auch mein einziger Lieblingsdinger, wo er die Muskelmänner anführt, also ein paar Bodybuilder, die im Leben nicht klarkommen und er sich zu ihrem Anführer nennt, dann von ihnen zur Arbeit gezogen wird. Also großartig. Jetzt gibt es ja irgendwie In the Middle oder sowas mit dem Hausmeister von Scrubs. Ach, ja. Und die habe ich auch noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob das ein Sitcom ist. Ich würde es vermuten, ja. Ansonsten fällt mir echt wenig. Also ich meine, Brooklyn Nine-Nine läuft ja weiter. Ja, die finde ich aber auch gut. Ich finde, die kann man ganz gut nebenbei laufen lassen und darf sich auch nicht zu sehr darauf konzentrieren. Ja, wie heißt es nochmal? Cocoon? Cocoon? Wenn du... Ah, Cocoon, ja. Cocoon. Glaube ich, ja. Und die ist, glaube ich, auch mit Adam Sandberg. Ja, also in der ersten oder in der zweiten Staffel. Es ändert dann. Ne, in der ersten Staffel, genau. In der ersten Staffel, weil er dann irgendwie abhaut oder draufgeht. Und in der zweiten Staffel ist es der... Also auch so ein gefeierter Schönling-Action-Star aus Amerika und der dann halt, weil es ja eine britische Serie ist, da dann halt auch einfach den Trollos spielen konnte. Das war halt aber auch super. Also Cocoon kann man auch... Also die sind auch zwei sehr geile Staffeln. Ja, das finde ich sehr gut. White Heart American Summer halt irgendwie noch so halb. Weiß ich auch nicht so... Ach, das ist dieses Camp, ne? Das soll im Stil der 70er sein sollen. Zweite Staffel ist schon echt hart. Ist die raus jetzt gerade? Ja, die ist vor einer Weile raus, weil die ist halt... Ja, das ist so zwei, drei gute Witze. Okay. Dafür ist es schon ganz schön... Kann man beiläufig beim Frühstücken gucken? Ja, das Problem ist, die ist halt einfach viel, viel, viel zu lang, die Serie. Also du kannst jede Folge locker auf die Hälfte der Zeit zusammenkürzen. Wie lange ist denn eine Folge? 25, 30 Minuten. Achso. Aber das ist... Ja, aber es ist halt... Also ich wollte jetzt keine Serie angucken, wo eine 15 Minuten eine Folge... Ja, aber irgendwie so in 8 bis 10 Folgen... Es hätten halt auch 5 Folgen sein können. Okay. Also es hätte locker gereicht. Ja, ansonsten fällt mir auch gerade nichts ein. Hätten wir das also erschöpfend geklärt und über jedes Sitcom, die je gemacht wurde, geredet. Die Frage war, was ist die Beste der Welt, oder? Die Beste der Welt, schon eine gute Frage. Coupling. Echt? Ich dachte, du sagst jetzt schrecklich nicht, Familie ist bei dir. Coupling ist schon besser. Auch wenn die einen schrecklich nette Familie sich bei mir ins Gehirn eingebrannt hat. Oder Joey. Die Friends hatte noch eine Spin-off-Serie, wo es dann um Joey's Karriere in L.A. ging. Das ist unanschaubar. Also wirklich ist die Serie ein absoluter, totaler Ausfall. Aber auf einem Niveau mit Fuller House. Ich leg mich fest, Fuller House ist die beste Sitcom. Also bei mir ist es Alf. Alf finde ich, ja. Fuller House sagst du also auch. Okay. Ich finde, ich habe gerade an die Ogmanics gedacht. Sie waren ja auch total geil gezeichnet, die Nachbarn. Wo halt irgendwie Trevor wurde synchronisiert von dem Typen, der halt auch später Hummer dann gesprochen hat. Das fand ich auch geil. Wie bizarr durchgeknallt. Und was dann später rauskam, dass Trevor ja im Vietnamkrieg war und da war er Flieger. Und deswegen irgendwie haben sie in Mexiko oder sowas mal so einen Urlaub und das haben sie halt irgendwie gewonnen oder sowas. Alf hat sich damit irgendwie reingebracht, dass er damit hinbringen konnte und dann zurück sind sie dann halt geflogen, aber mit so einem komischen alten Frachttransporter, den Trevor noch kannte, weil Trevor mit dabei war und den kannte er noch aus Vietnam. und der Typ hat dann halt irgendwie dummerweise irgendwie einen Hummer gegessen oder sowas, den Alf glaube ich vorher versucht hat in einen Toaster zu packen und dann hat er eine Magenverstimmung gekriegt und konnte halt nicht mehr fliegen und dann hat Trevor, ist dann Trevor geflogen und Trevor hat dann aber wohl auch gegessen und hat Panik gekriegt und fantasierte dann irgendwelche alten Kriegssituationen aus Vietnam und als es so weit war, musste dann Alf eingreifen und Alf hat den dann geflogen und Trevor hat dann Alf gesehen, aber im Nachhinein konnten sie es dann auf seine Fantasie schieben, was total bizarr gute Folge war. Ah, warte, nein, bestes Sitcom, Mr. Ed. Oh, a horse is a horse. Of course, of course, I know I can talk to a horse, of course, that is, of course, unless the horse of the famous Mr. Ed. I am Mr. Ed. Ja, die war auch Wilbur. Ziemlich sexistisch. Ja. Also, ja. Apropos sexistisch, wo können Leute uns sexistische Kommentare schreiben? schönnüsseatgmail.com. Wenn ihr es wirklich lang ausführlich schreiben wollt. Das stimmt. Dann könnt ihr uns zum Beispiel sagen, warum ihr The Last Jedi nicht mögt und mit Recht die, wie heißt sie, Rosie Chen von Twitter vertrieben habt. Ja, das könnt ihr auch als Kommentar unter einem YouTube-Video machen, bei dem YouTube-Video. Oder wie Thomas Gottschalk sagt, es gibt ja auch jetzt YouTube. Ah, jetzt auch? Ja. Die haben ja noch vorletzte Folge gesagt, dass wir in den gerne, oder in der 25-Jahr-Folge, als wir gesagt haben, unsere Traum-WG mit Thomas Gottschalk als Frau. Ja, da bin ich sehr. Ja. Das ist gut. Ja, und da könnt ihr dann halt einen Kommentar bei dem Kanal für Nüsse mit Dirk und Klaus lassen. Oder ihr schreibt uns eine Glocke und einen Stern und was man macht. Die Glocke. Oder ihr schreibt uns Tweets an at fürnüssepod auf Twitter oder geht auf fürnüssepod.com oder abonniert für Nüsse mit Dirk und Klaus bei iTunes oder Podcast Addict oder wo auch immer ihr eure Podcasts herholt. Oder legt Rosenblütenblätter auf der Straße aus. Wir finden euch da. Und singt Why do birds suddenly appear? Is it you when you're near? Yeah. Ladies and gentlemen, Mr. Bud Beckrock. Da, 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 da. Da, 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 da. Pfff. Pfff!